warte mal ich muss die musik ausmachen dicker ich merke den zensierte audio ganz gefährlich also den einen youtube stream nicht gemacht hab chat naja der wurde einfach kopiert der grün der ist blau der ist gelb mein geld zweck oh mein gott ist das eine hohe sens chat wie findet ihr meine arre heute extravagant dicker heute extravagant unterwegs boah travis so wie er sein geld zeigt der süße mein löwe mein bär ich lauf gegen eine wand kann keine türen öffnen warte mal kann ich sachen aufheben ja ich hab kein ich drück doch drauf mann ich kann nicht drauf drücken ist es mir nicht es geht no joke nicht ich hasse controller ja nach drei jahren zeig mir die sens nö ich bin immer eingespielt chat also lass mich in Ruhe wir wollen auch nur leben oh warte mal hier ist jemand ich habe nichts gesehen deswegen habe ich nicht gekochen warum steht er da aber so warum warum hat er egal weißt du was ich stelle keine fragen die ich nicht stellen sollte da zeig sie einfach einmal hell dann fragt doch jeder wenn ich die jetzt zeige dann wird sie in zwei sekunden noch mal jemand fragen weißt du das ist gar keinen sinn ich glaube ich muss das wort cent blacklisten es geht darum dass ich die eh nicht zeigen will das ist der shit vertraut ich sag euch so es ist das ist reverse psychology dicker solange man etwas zu beheimlichen hat hat man mehr zuschauer so ist das leben ich klickwebte jetzt einfach zum tode ich werde mit dieser cens jetzt FNCS grants reinplayen und dann sage ich mit dieser cens würde ich grants aber ich zeig die cens im video nicht wir müssen alle anfangen zu battlen und dann zeige ich die irgendwann mal und dann habt ihr 300k views Ich finde die Idee schlecht. Wie ist er eigentlich hier nach oben gekommen? Business. Wir alle betteln. Digga, ihr müsst doch einfach alles... Oh mein Gott. Wohl, was haben wir eigentlich alle mit diesem Skin? Ich habe keine Builds, Chat. Boah, ich habe vergessen, wie geil Snipen auf Controller ist. Ich habe ja voll den Aim-Log. Aber allgemein dieses Season-Snipe ist schon sexy. Digga, das ist ein Platinspieler-Chat. Das sind die Leute, gegen die ihr hardstuck seid. Guck mal, der Typ kann nicht mal gerade auslaufen. Da bin ich gleich One-Pumpen, oder? Er spielt Sybil-Chat. Er hatte nicht Lust. Er hat heute keine Lust. Ich frage mich immer, was ihr davon habt, wenn ihr auf meine Sense geht, ne? Also das ist eine ernst gemeinte Frage. Weil selbst wenn ihr meine Sense habt, ihr werdet dann nicht automatisch... So funktioniert das Leben. So funktioniert... Also wenn das so funktionieren würde, ja, aber so funktioniert das einfach nicht. Wieso konnte ich aber gerade so wie ein Dulli bauen? Bitte zeig die Banane, Digga. Also ich zeig euch erst recht nicht. Jetzt bin ich persönlich beleidigt. Und ich fühle mich auch persönlich beleidigt. Ey Digga, hab ich Dulli benutzt heute? Ja, hab ich, hab ich. Geh gut. So ein Daily Dings Digga. Ich hasse es ohne DL zu spielen, Schatz. Voll eklig. Oh mein Gott. Ja, der ist so schlecht, ne? Ich bleib immer schlechter. Ey, warum bin ich so uneingesprich? Ich baue wie ein Stein. Habe ich die richtige Deadzone? Bestimmt. Ja, bestimmt. Ah, jetzt verstehe ich, was los ist. Ja, das ist gut. Ich wollte ja... Ja, das ist gut. Ich benutze ja... Ich kann es ja ja nicht benutzen, weil... Ich werde gleich so beleidigen, ne? Ich hasse diese Firma. Schau, so wie es ein Primus kostenlos. Ich wurde einfach gesagt, ich sehe aus wie du und höre mich an wie du. Ja, hör auf die Hater. Du gehst und dreid. Face. Merd. Oh mein Gott. Ihr habt euch gerade aus... Bro. Spiel ich auch das Spiel? Bro, auf einmal... Was? Woher? Wo ist der hergekommen? Bro, es ist einfach neben mir gespawrt. Ich meine, kann man auch machen. Warum ist das so ein Fischskin, Digga? Der wollte mich komplett weghauen. Was? Oh, ich habe keine Ahnung wo der ist, Mann. Ich will da nicht mal reingehen. I'm good, Bro. Ich muss heute noch anre-hitten. Ich darf keine Fehler machen. Warte mal, was ist da doch, hä? Guck mal, die Medaille. Da hat die Waffe einfach nicht mitgenommen, die Scouts aber nicht gefunden. Na, 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 please stand up! Please stand up! Please stand up! Warte mal, nicht dass der Stream gleich wegen Copyright gebund wird, weil ich so gut singe? Okay, ich halte die Presse. Habe mich jetzt angeschossen? Warte, lemme guck, lemme guck. Ok, warte dann, lemme guck. Ich habe vergessen, dass es voll die Sniper-Festival sein wird, hier in den Lobbys. Oh mein Gott. Ok, der ist todschlecht. Warte, lass mich mal hoppen. Ja, das erwarte ich, aber ich bin ein Platinedel und natürlich sind die nicht so gut. Aber alle Solo, ne? Ja, ja, alle Solo. Ich weiß nicht, von wo ich gesnipet werde, ich weiß nicht, von wo ich angeschossen werde, ich weiß gar nichts. Game Sounds sind nicht vorhanden in dem Spiel. Digga, was machst du denn? Ich dachte kurz, ich mache so Edit-Cores und About dann so, aber bleib einfach stehen. Aha. Cool Story, Bro. Ist wirklich sehr fragewillig, wenn man Platin-Hardstuck ist, ne? Also ich meine das sogar ernst. Also es ist eine sehr fragewillige Sache. Ich muss mich noch ein bisschen mit den Beins, also nicht Beins, aber mit den Mechanics einspielen. Also für die Sense. Aber wenn ich damit eingespielt bin, dann bin ich der Beste auf diesem Controller. Das ist nicht mein Cap. Ich bin nicht mal der Beste, nicht auf dem Container mit den Sense. Mein Mechanics zweifelt es noch, sagst du euch. Ich hasse diesen Skin so hart. Du hasst Travis? Ja, Travis ist doch voll clean, yo. Hab' ich fast Kei-Shot-Snap'ed. Cool, das ist eine Strat, der fährt im Out. Okay, ich bin tot. Das ist irgendwie... Oh mein Gott. Ich wär' so gestorben bei mir zu Hause. Ja, ich wär' so umgefallen, Chat. No joke. Ey, ich sag's euch. Die Sense ist der Shit. Also damit zu aim' ist so geil. Ne, Quark mit Apfel und Weintrauben. Kaution für meinen Sohn. Wautsch. Chat einmal bitte Sam für die Kaution von meinem Sohn. Ey Chat. Ich bin alt. 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 Wie viele Fälte hier Pfeissens eigentlich. Also für meine Verhältnisse ist das hoch. Bo will auch einfach nicht zu, Bo will einfach nicht bauen, er hat Medaillon um nicht zu bauen Chat, er hat Medaillon um nicht zu bauen Chat. Bro hat doch einfach keine Lust, der hat einfach keine Lust Chat. Oh mein Gott, bisschen knapp du. Habe ich den 190? Ja ne. I love you so. Digga, ich bin nicht stark in Platten 2, ich spiele meistens nicht schon jeden Tag. Der Chat so komisch, wow. 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 Wow Chat, einmal bitte alle wow in den Chat. Wieso Kaution? Ja, ich bin, ich bin halt arm. Ich brauche Geld für meine Kaution und so. Ich habe mich überrascht. Habe ich alle Medaillen? Ja, die haben einfach die Medaille bei der AK einfach da gelassen. Voll asozial, hä? Ich habe doch auch Gefühle. Ich bin halt normaler Pc-Spieler, aber dadurch mit meinem Browser, dann kann ich die Kängel sagen, ich muss jetzt PS5 zocken. PS5 ist halt schon hart scheiße, das muss ich schon sagen. Kaution, weil sie ihn gestern betrunken, ob der Lose verprügelt hat. Ja, auch. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das gemisst habe, aber interessant. Okay, warte. Shit's not looking good for me right now. Digga, was hat er für gutes Movement? Digga, Plattspieler sind cracked. Guck ich ihn an, er will Sidejumps machen. Er hat noch nicht einmal eine Wand gebaut. Oh, er baut, er baut. Okay, jetzt haben wir ihn. 4,98. Der baut noch immer keine Wand. Er hat einfach keine Lust. Ja. Gut. Sascha 010210. Ja Sascha, du bist der fucking Goat. Wie? Wie misse ich das? Wie misse ich das? Habe ich Potenzial zu 117 Euro und wir uns nicht so hier. Qualifast alles. Bro. Warte mal. Wenn du dich alles queumen willst, dann hast du nicht 2,7K, sondern eigentlich so 15K eigentlich. Also nur als Tipp. Also wenn du schon lügen musst, dann musst du es schon richtig machen. Ein bisschen raffanierter. Ja. Ja, aber ich mache nicht immer Geld, ne. Ja, Bro. Aber das ist halt nochmal eine Lüge, weil wenn du dich immer alles qualzt, dann machst du immer Geld, weil Solo Cash gehabt hat 50 Money gemacht. Oh mein Gott. Ich cheate. Natürlich, ich habe da diese Granaten dabei. Ey Junge. Also bald. Bald scheppert's hier. Ich bin so, also wie mein Airzone ist. Okay. Aber ich finde, ich spiele gerade nicht so gut. Meine Edits sehen so aus, als ob ich ein Opa bin. Und ja. Du Cashy. Achso. Mhm. Okay. Aber eine Frage, Dignitas Wave. Wie ist das so zu lügen? Also es ist nur so eine bestimmte Frage. Aber es interessiert mich. Also. Ich weiß nicht. Macht dir das Spaß zu lügen? Oder ist das einfach so ein Ding? Ich finde Epic Games bringt voll die sinnlosen Sachen. Wenn zum Beispiel das Shit. Ja. Wir reden hier von Epic Games. Das ist derarteste. Hat die Kultur oder Kiba mehr Spaß? Was? Digga. Also ich habe gestern Kultur gespielt. Ich habe gestern schon Loki crazy gespielt. Digga. Ich bin so. Ich weiß nicht wo der ist, ne? Ich weiß nicht wo der ist, ne? Ja. Also wirklich. Verzeih es mir. Verzeih mir. Verzeih mir. Aber wirklich. Ne. Was ist das? Ach man. Was machen sie denn? Ich weiß nicht wo ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Digga. Wisst ihr was die beste Pickaxe ist? Laviata-Axt. Ich verspreche es euch. Das ist so der Shit, Digga. Das ist mit Abstand die Beste. Ich liebe sie so sehr. Ich will den No-Joke. Are you serious right now, bro? Are you serious, chat? Das ist mit Abstand. Ich will eine kranke Sache machen für die Spitzhocke, bin ich ehrlich. Digga, ich würde es mir so in den Rachen stecken, Digga. Oder wie kann das sein, dass ich streamst einwerde in Platin? Ey, wie scheiße bist du denn eigentlich, dass du Platin-Herztag bist? Ja, du bist ein scheiße Lutscher. Ey, Junge, also wirklich, ich glaube es nicht. Du bist ein richtiger Lutscher, ich hoffe, du weißt das. Aber vielleicht Pickaxe noch nicht, weil ich Travis bin. Ich würde mit der ganz anderen Sachen machen. Mit der? Warum mit der? Für Travis würde ich nicht zu Elite aufnehmen. Hier, geh. Es wird eine verschwitzte Gaming-Session-Chats. Es wird dauern. Nee, geil, machbar. Never give up, never watch it. Nichts. Nein, gehts. Okay. 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 Alright. Aber matcha...let me gok. Ja man muss die maf so ein bisschen konzentrieren ne? 200? Ja da, mach. Haddavien, ein Victim. Oh mein Gott, steig mich da nicht so an. Boah, hab ich den draufgeflickt, hä? Seht ihr das, da ist eine Kanal-Ratte-Chat. Hä, bin ich high? Hä, ich hab ihn doch grad gesehen. Warte mal, sehe ich Geister? Hä, habt ihr das nicht auch grad gesehen? Da war doch jemand der Dings. Ich seh Geister-Chat, ich bin... Ich seh halt No-Joker-Geister anscheinend. Was war geplant, dass du so lange betrunken bleibst oder weil ihr nicht Callzeit? Weil es zweite Wache noch gibt und die spiel ich ja auch hier. So 200-Chat, just like that. Ja, cool. Ja. Ja, cool. Da war er auf. Ja, cool. Wirklich. Ja. 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 Ich bin ein Mann. Warte mal. Let me cook. Okay, dann let me cook. Blame. Wisst ihr das? Ignorier mir das. Ich habe irgendwie glaube ich zu weit nach links gezogen. Das ist ein Fehler. Das passiert am besten. Ich bin eingespielt. Meine Fehler sind noch ein bisschen... Chillt mal Chat, chillt mal Chat. Auf Controller ist es halt schlimmer sich einzuspielen. Mit kalten Händen ist es halt over. Das soll ich machen. Ein Schwarztee. Boah, ein Schwarztee ist schon... Einzesteil wenn ich schwarz trinken soll. Nein. Den drücke ich jetzt gleich aus und dann trinke ich Schwarztee. Ja, Chat, Chat. Schwarztee ist es. Schwarztee ist. sterreichtee ist. Schwarztee ist es halt bei mir. Aus, ich bin eine Schwarztee. Die Schwarztee ist schwarztee ist und das ist nicht einfacher. Eine Schwarztee ist hierzu. Ich halte dich. ja warum contesten eigentlich den platin so wenige die start ist das nicht verletzend ist das nicht voll langweilig okay let me cook chat chillt mal ich hab das alles zur kontrolle das war eine einspielrunde ich muss hier noch ein bisschen einspielen ich hab dafür keine beins weil der sniper ist das beste was man bekommen kann in dem haus ich zeige euch gleich warum wenn ihr einen sniper habt ich zeige euch jetzt lifehacks schaut zu ihr holt so ihr holt erstmal alle kisten außenrum nehmt so viele waffen mit wie ihr kennt weil die braucht nicht gleich für ein bot so die smg könnt ihr mitnehmen weil die ist broken und die ak ist zum töten vom besser vom bot wenn ihr das alles gemacht habt schaut doppel sniper sogar ist noch besser warum läuft peter weg wohin läuft peter warum läuft peter weg wohin läufst du oh jetzt ist der sau kommt wie schlecht den bot geholt habt ihr das gesehen wenn du ein double snipers op hat ein auto shotgun ich werde wieder zu einem auto shotgun sterben ja aber so holt ihr peter guck mal guck mal was wir einen geilen streamer ihr habt guck mal was die tipps ich euch hier gebe 200 oh my god 180 just like that da war ne 8 deswegen sag ich 180 ja keine ahnung es war es auch wieder ja beziehen wir uns hast du führerschein ich hab äh keinen führerschein mit nur zeit einen zu machen hab eigentlich vorgenommen dieses jahr einen zu machen hab noch mal nicht angefangen 224 golds chat 224 golds 224 golds 224 golds 224 golds ich hab mir vorgenommen in dubai ne yacht zu kaufen hab ich auch noch nicht geholt shit's crazy digger fang heute an ok wie soll ich anfangen ach ist doch nur ein monat wieder rum ich grüße meine oma ja ich grüße deine oma auch ey war 420 ach ist doch nur ein monat wieder rum streamen aus und hustlen ja zu dumm dass es meine arbeit ist wo ist bro running to oh du wirst mir nicht entkommen i will dead guard ok entkommst mir ey chat von allen sachen die er machen könnte ne hat er die schlechtesten szenario genommen von allen sachen die er wirklich machen konnte ne hat er die schlechtesten szenario er hat auch weiterfahren können ne er dachte er dachte wirklich seinem echten leben oder sowas wenn sein reifenplatte ist dass er nicht weiterfahren kann nein er steigt aus mit 2 hp ok ok pfk bekommst du ihn anmelden ohne prüfung das ist glaube ich nicht ähm der fall wenn man den pfk ohne prüfung bekommt ich würde ihn lieber mit einer prüfung machen weil ich will ja wissen ob ich eigentlich fahren kann weil imagine du holst den führerschein kannst nicht fahren kannst ihn wieder verlieren bist direkt over ach junge ihr seid doch alle verblödet warte hier ist noch einer bro ist kurz Seitenstreifen angehalten doch ja doch ich glaube dieses sens ist so sexy Ich bin noch nicht richtig geswitcht. Ich habe noch nicht wirklich drüber geschwählt. Der Chat, ihr müsst einsehen, wenn ich beide spielen kann, kann ich in Zukunft auch mehr Produkte machen. Guck mal, ich kann auf Keyboard übelst krass gut spielen und ich kann auf Controller übelst gut spielen. Ich hoffe, wenn ich einen eigenen Markt rausbringe oder in der Marktszene dann halt irgendwie was anfangen will, kann ich da nicht nur für Controller-Content rausbringen, sondern auch für Keyboard, weil ich dann eine Ahnung habe, was euch Leuten gefällt. Weißt du so, das ist doch eigentlich voll geil. Das heißt, ich werde dann für Controller so Sachen rausbringen, die auch echt was bringen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Müllprodukten, Digga, wie Grips oder sowas, also Grips kann ich auch rausbringen, aber ich möchte schon was haben, was halt in dem Fall irgendwie Sinn macht. Keine Ahnung, was ihr auch wirklich benutzt täglich, ne. Ich würde wahrscheinlich so Sticks machen, aber nicht so diese Sticks, die jeder hat. Ich würde wahrscheinlich eigene Größen rausbringen, die auch irgendwie Sinn ergeben. Eigener Controller, eigener Controller wird ein bisschen schwer. Macht mal so eine Hybrid-Challenge, wenn ich jeden Kill abwechselnd einmal mit hast, und dann hab ich schon hochgeladen. Also, das hab ich schon gemacht, Digga, Skav-Kooperation. Ich würde mit Skav kooperieren, aber ich glaube nicht, dass die meine Wünsche entriegeln, weil Skav ist aber nur mit meinem Namen oder meinem Design halt auf deren Dings, ne. Vom Ding her würde ich das sogar machen, aber ich finde die Sticks von Skav, ich könnte den Controller glaube ich selber manuell nicht richtig benutzen. Null Disrespect an die aber, nicht die Sticks, die Sticks sind gut, ich meine die Pedals. Und wenn ich, boah, also Leute, das sind alles Konzelspieler, die am besten sehen als fucking, weiß ich was, meint ihr. Kurios ich nicht, ist ja nicht schlimm. Mein Aim ist heute aber nicht so juicy. Boah, also. Okay, ich hab das. Ich bin fast gestorben. Ist das schon peinlich, ich bin grad nicht fokussiert. Ne. Ich sag euch so, es ist. Also, ich glaube, ich will, wenn ich einen Markt rausbringen würde, und ich rede jetzt nicht von Sponsoren. Sponsoren ist ja nicht wirklich mein Markt. Will ich das schon halt wirklich so machen, dass es auch wirklich Produkte sind, die ich selber benutzen würde, ne. Also das heißt dann auch, dass ich dann auch wirklich, wenn ich jetzt irgendwelche Customized Sticks rausbringe, dass ich auch wirklich diese Customized Sticks benutze. Also Produkte, die ich selber wirklich benutzen will. Und ja. Aber es ist halt so eine Sache, so. Boah, warum treffen die eigentlich alles? Warte mal. Hold off, let me cook real quick. The fuck? Boah, ich hab kurz Trickshot gemacht. Ahaha. Ahaha. Alter, wie viel Scheiße. Aber denkst du kannst auf dem Markt mitmischen, bei der Riesenauswahl die schon gibt? Ich glaube, Leute würden eher meine Produkte benutzen, weil ich halt ein Pro spiele und ich weiß, was ich halte. Ich habe so viele Controller-Reviews gehalten, ich habe so viel Ahnung von Controllern und ich heiße, was ein Controller ausmacht. Ich glaube, wenn ich einen Markt haben würde, dann würde man bei mir eher einkaufen, als bei jemandem, der gar keine Ahnung hat. So sage ich das mal. Ich weiß, was gut für COD ist. Also ich würde eine Auswahl zwischen COD-Spielern haben, ich würde eine Auswahl zwischen Fortnite-Spielern haben und ich würde eine Auswahl zwischen was ich was habe. Alles, je nachdem. Aber ich weiß einfach, was gut ist. Und das ist halt die Sache. Das wissen die meisten nicht. Die meisten bringen Sachen raus und benutzen die nicht. Das ist halt ein Fakt. Auch voll viele Maus-Leaves. Leute kopieren dann einfach nur das Produkt, das ist ja einfach nur derselbe Produkt. Aber die testen die Sachen nicht richtig. Die sagen einfach nur, es ist die beste Qualität, aber es ist nicht die beste Qualität. Das ist einfach nur ein Scam. Und das ist halt so eine Sache. Ich würde meine Produkte einzeln testen und auch wirklich sagen, ob die gut sind. Warum sind die alle so zielsicher? Ich würde, also ich werde erstmal leicht anfangen mit so Sachen wie, ich will erstmal, ich will erstmal, bevor ich was richtiges bringe. Wie gesagt, das wird bei mir einfach nur ein Aufstieg sein. Ich fange dieses Jahr damit an mit Pana. Also wir werden so Süßigkeitenboxen machen. Die kommen dann fertig ankaufen. Das sind natürlich nicht eigene, selbst bestellte Produkte. Das machen schon relativ viele, aber ich mache das halt auch einfach jetzt, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und wir schauen einfach. Also wir brauchen halt, das Design und so weiter ist ja dann noch in Regelung. Aber das sind dann halt einfach schon Produkte, die du halt hier in Deutschland nicht eher, also unwahrscheinlich kaufen kannst. Kannst du bestimmt irgendwo kaufen, aber ich glaube nicht bei jedem Ort. Und dann werden wir das einfach einzeln versenden, wenn das Leute wirklich kaufen. Aber das sind halt dann einfach so Süßigkeiten, die du halt nicht überall kaufen kannst, ne? Ja, aber dann drifte ich einfach wie ein Meister gerade, Dinger. Helal? Ja, wir werden bald mal schauen. Also beides halt wahrscheinlich in dem Fall, ne? Boah, diese Leute sind eine andere Dimension. Dimension, ich sag's euch. Also das ist unglaublich, was ich hier anschauen muss. Es ist unglaublich, was ich hier sehen muss. Es ist wirklich unglaublich. Boah, es ist noch John Cena. Joga. Ey, wir schauen einfach mal. Sag mal so, ne? Es ist besser, etwas zu probieren, es dann zu verkacken, die Erfahrung daraus rauszuziehen, als nichts zu machen. Wenn du nichts machst, verlierst du immer. Wenn du, solange du es probierst, ist es eine andere Sache. Und ich sehe es so, man sollte immer Sachen ausprobieren, auch wenn die dann vielleicht nicht gut laufen. Äh, es ist halt einfach so, ne? Und ich glaube jetzt nicht, dass ich auch im ersten Monat indirekt direkt Plus machen werde. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich das einfach durchziehe und auch wirklich Zeit reinstecke mit den Produkten, dann ist das ja einfach so. Also das ist dann auch einfach irgendwie klappt. Äh, keine Ahnung. Also, ich sag mal so, ich glaube, die meisten von euch sind bestimmt snacken, bestimmt irgendwann mal irgendwelche geile Chips oder sowas am Tag. Und wenn das dann einfach so Süßigkeiten sind, oder halt irgendwie, krass, es ist einfach das... Warum benutzen alle dieses unsichtbare Ding? Äh, dann werden das bestimmt ein oder ein paar andere von euch kaufen. Und das ist ja dann nicht so, dass wir das dann übergroßartig teuer weiterverkaufen. Das wird halt schon ein realistischer Preis sein, ne? Es ist einfach nur Boxen, davon werden wir einfach... Obviously ist es ein Weiterverkaufen-Ding, also wir verkaufen das in dem Fall ein bisschen teurer, weil, ja, irgendwo müssen wir ja plus machen. Aber, ähm, es ist dann halt in dem Fall einfach direkt eine ganze Box. Das heißt, wenn ihr das holt, habt ihr eine ganze Box davon. Ähm, und dann müsst ihr nicht irgendwie im Internet Sachen raussuchen oder sowas, was ich sehe, als wenn es euch gefällt. Gibt es eine Autogrammkarte von ihr dazu? Kann man bestimmt orientieren. Ich werde mir... Ich glaube, wenn wir da ein Designbuch haben, kann man das easy machen. Muss ich halt einfach alles persönlich unterschreiben, ne? Und wenn das gut läuft, dann kann man in Zukunft drüber reden, also wenn das wirklich gut laufen wird, kann man in Zukunft gut drüber reden, dass ich dann halt von dem langsam in den Gaming-Markt dann aufsteige, mit eigenen Produkten, in dem Fall halt, keine Ahnung, Scuff, sowas wie Scuff, aber nicht, dass ich dann irgendeinen Controller rausbringen kann, weil dafür brauchst du halt einfach eine Lizenz und davon habe ich keine Ahnung. Ähm, aber davon kann man auch bestimmt in Zukunft reden, aber ich rede jetzt in dem Fall von, ähm, Zeug wie... Keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall so Sachen wie Grips haben, aber ich finde die heutigen Grips, die die meisten Controller verkaufen, ich finde, die sind zu dick. Und das ruiniert den Controller. Wenn ich jemals einen Grip rausbringen würde, werde ich das so dünnschichtig halten, dass man das gar nicht merkt, aber das halt trotzdem mein Grip ist. Das sind so Sachen, die ich halt wirklich selber auf den Markt bringen möchte. Äh, genauso Sachen wie diese Sticks. Die Leute machen die viel zu dick. Und ich finde, das ist voll unbequem, damit zu zocken. Bro, also... Man kann auch, man kann das Obtiklpost, was du gerade sagst, über deinen eigenen Produkt, ne? Ja, mach. Also, ich will schon Sachen rausbringen, die, äh, relativ gut sind, ne? Ich möchte auch nicht, dass wir bei einer Firma machen, weil die Firma dann einfach meine Ideen klaut. Er gesagt, ich habe einfach eine Ahnung, wovon ich rede. Also, also, ich bin, ich spiele seit drei Jahren, seitdem ich drei Jahre alt bin, Controller. Und ich glaube, dass ich mehr Ahnung habe, als die meisten Leute. Ich sag euch, dass so ist es. 100%ig habe ich mehr Ahnung. Ähm, weil es einfach... Die meisten Leute, die meisten Leute ziehen einfach nur Sales draus. Ich möchte was machen, wo ich natürlich auch Gewinnplus ziehe. Und auch, äh, es auch wirklich für die Leute ist. Das heißt, du kaufst es dir einmal, und dann soll die Scheiße nicht nach einem Monat kaputt gehen. Ähm, das ist dann, einfach eine Sache, die du... Äh, dass du die nach deinem Leben lang behältst. Und vielleicht kannst du dann in Zukunft überlegen, dir irgendwie andere Grüßen zu holen, zum Beispiel bei Sticks oder sowas. Aber die meisten nutzen sich einfach viel zu schl... viel zu heftig ab, weil es einfach schlechte Produkte sind. Was heißt mit Grip? Kennst du, ich glaub, alle, die einen Standcontroller haben, haben keinen Grip dran. Also, es gibt's ja Fertigprodukte. Also, es gibt's zum Beispiel Scaf und sowas. Da hast du einen Grip hinten dran. Aber ich würde einen Grip machen, den du sozusagen... Also, das ist dann einfach eine dünne Schicht. Ich würde die relativ dünn halten. Die meisten Grips, die es gibt, die sind sehr fett. Das heißt, wenn du den anziehst, dann hältst du den Controller leicht anders. Das würde bei mir halt nicht sein, also, wenn ich das machen würde. Ich würde die Schicht so dünn halten, dass es halt einfach ein Grip ist, der aber... den du aber nicht... der aber nicht zu... allzu sehr auffällt. was die meisten Leute halt nicht hinkriegen, weil die einfach auf Sales denken. Die machen einfach das, was einfacher ist. Aber ich würde es halt auf eine dünne Schicht halten wollen. Weil das ist halt einfach viel geiler. Und dann hältst du deinen Controller auch gleich, ohne dass da ein fetter Grip drin hängt. Das ist einfach sowas, wenn du schwitzige Hände hast oder sowas. Also, ich brauch zum Beispiel gar keinen Grip, aber ich würde den halt auch dann benutzen, weil... ist halt in dem Fall... würde mich das eh nicht ändern. Aber ich benutze zum Beispiel keine Controller-Grips, weil die einfach alle viel zu dick sind. Gleich... gebe ich dir den ersten Monat. Ich küss dein Herz, ich gebe dir den Dank. Ich glaube hier ist jemand zu, ne? PS oder Xbox? Ja, in dem Fall würde ich beides rausbringen, logischerweise. Ich finde, ein guter Markt sollte eine gute... sollte schon viele Optionen rausbringen. Und das machen die meisten Leute halt einfach nicht. Was ich persönlich sehr schade finde. Aber, keine Ahnung. Zum Beispiel bei Maus-Sleeves gibt es ja verschiedene... Zum Beispiel auch verschiedene... Würde ich Maus-Sleeves rausbringen, würde ich verschiedene Qualitäten, also Staffe rausbringen. Dass da eine Maus-Sleeves sich vielleicht ein bisschen festiger anfühlt, und der andere etwas leichter und so weiter. Das sind so Sachen, die ich halt einfach rausbringen würde. Die meisten Leute bringen halt ein bestimmtes Produkt raus. Also, eher gesagt, die bleiben bei einer Sache und dann sticken die da drauf, ne? Das würde ich halt bei meinem Produkt nicht machen. Ich würde dann halt... Zum Beispiel bei Controller würde ich dann eher gesagt Sticks... verschiedene Stick-Grips haben, die halt auch für verschiedene Controller sozusagen Sinn machen. Zum Beispiel so, bei Fortnite macht das keinen Sinn, lange Sticks zu benutzen. Das sagen die euch. Das sagen die euch alle, aber es macht keinen Sinn. Wenn ihr irgendwie Controller-Freaks habt, die groß sind, macht das bei Fortnite keinen Sinn. Das macht nur bei COD Sinn, weil du da Long-Winch-was bist, aber da spielst du Cross-Range-basiert und du hast eh keine Ames. Bei Warzone oder sowas ist das komplett andere Geschichte. Das brauchst du bei Warzone. Aber bei Fortnite brauchst du das nicht. Die ganzen Leute, die das sagen, ja, das wird euch bei Aim helfen, die labern scheiße. Ihr könnt einen Controller-Freak benutzen bei Fortnite, aber der muss relativ klein gehalten sein. Sonst ist das voll verblödet. Die labern komplett scheiße. Also, ich sag euch, dass es ist. Ihr braucht keine langen Sticks, ihr braucht keine langen Controller-Freaks, ihr werdet dann dadurch einfach nur langsamer. Ja, aber du spielst nicht, also wenn du mit Lang spielst, dann machst du dir selber nur einen Nachteil. Du musst Controller-Freaks benutzen, die zum Beispiel für Fortnite sind, sozusagen. Also, ich rede dann halt auch in dem Fall, kurze, kurze Controller-Freaks machen halt am meisten Sinn bei Fortnite, sag ich, so ist es. GG's in den Shirt. Besser kurz oder keiner? Ich benutze keiner, aber wenn du... Es kommt auf den Controller an. Also, zum Beispiel beim Edge, ähm, könntest du sogar welche draufklatschen. Aber ich finde, das ist jetzt nicht wirklich notwendig, ne? Boah, wir haben ja übelst viel Plus gemacht, Alter. Ich bin seit einer Woche wach ohne schlafen, hab Depression, bin krank. Ähm... Also, bist du wach, weil du einfach müde bist? Also, bist du... Ich meine, was soll ich sagen? Bist du wach, weil du, ähm... Ja, deswegen bist du wach, was hält dich denn wach? Ist das Depression, die wir erhalten? Weil... Keine Ahnung. Hör auf Fortnite zu spielen. Nein, äh, hol dir, ähm... Bro, also, Depressionen solltest du halt in dem Fall mit Demon sprechen. Es bringt dir halt in dem Fall nichts, äh... Auf den Twitch-Account zu gehen, auf den Twitch zu gehen, das in den Chat einzuschreiben, sondern du holst den Gesprächspartner. Und wenn du keinen Gesprächspartner hast, dann, ähm... Weiß ich nicht was. Hol dir in die Gesprächspartner, fuck deine Mutter, red mit deiner Mutter. Wozu hast du Familie? Und du kannst eine Woche lang nicht wach sein, du weinst wohl durch Schlafmangel. Hast du schon mal Depressionen? Jeden Tag. Nein, 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 nein. Professor in der Heldbesuche, ganz klar. Ja, die meisten haben Depressionen, aber denen fällt es nicht mal auf. Also, ist kurz fertig? Nope. Ich glaube, die meisten wissen das nicht mal. Ich glaube, die halten das einfach für selbstverständlich. Das Monumake ist schlechter als du. Äh, das ist besser als ich gerade. Also, der ist in seiner Prime, der ist 15 Jahre alt. Der hat so viel Spielspaß. Fünf, fünf Jahre älter als der Bray. Fand ich mir hier so nicht besser als du. Ich bin vielleicht im Fight besser als ich, aber der ist im Komp besser als ich. Oder doch, klar. Ich habe aber nur mehr ernst als der. Ich bin overall ein besserer Spieler, wenn du das meinst, aber wenn man jetzt von der Season geht, ist er besser als ich, klar. Ich bin totaler Spieler. Also, Chat, wir reden von puren Competitive, ne, Comp ist ja besser als ich gerade. Was maniert, Stenigrad? Okay. Reed ist für mich der beste Kontrollspieler seitdem ist er auch Reed ist mit Abstand der beste gerade der hat viel zu wenig Zuschauer für seinen Skill, no joke, der hat einfach keine Personality, der sitzt da vor der Kamera, macht nix der hätte noch eine geisteskrange Personality, der wäre so geisteskrank, der throwed back, der throwed seinen back gerade Reed ist so gut, das versteht ihr nicht, also ihr müsst euch das vorhin mich vorstellen, ne, der macht den Finance Lobby, der macht einen Edit-Kurs auf high und dann knallt er die, der ist geisteskrank, digga der spielt doch auch Hexbo, oder? Ja, ja Digga, bin ich verblödet, oder so? Warum haben Leute Hurrikan, digga? Die haben 40 Euro für einen Skin gezahlt, digga, sind die dumm? Fühlt sich eurem Skin, den du 10 Sekunden benutzt? Guck mal, die, die sind in Roleplay, die werden gleich aussteigen, ich werde gleich aussteigen, ich sag's euch hat Bro sich gerade selber getroffen ich glaub meine Augen gerade nicht, na aber Reed gefühlt ein, der Ex-Bus spielt Ich bin glaub ich auch der einzige, der Ex-Bus spielt doch für you Pokes wär eigentlich, Pokes ist auch übelst gut, was A-Man geht Ich sag's euch so, wie es ist, Pokes ist eigentlich so gut, ne Der ist auch nur dumm wie scheiße, würde er ein bisschen Gehirn besitzen, wäre eigentlich voll gut Der wär, der wär auch, also, der wär jetzt nicht Tier 1, sag ich nicht, aber der wär auch eigentlich hätte Also, Pokes könnte, wenn er ein bisschen Game Stunts hätte, Pokes könnte so Tier 3, Tier 2 sein Und Tier 3, Tier 2 heißt Grand Simon Coyne Also, ich mein das sogar, for real, Pokes ist actually gut Der, der, der kann fighten, der kann richtig gut fighten Äh, und der hat keinen Confidence-Verlust in den Fights Der könnte, also würde der schlau sein, könnte der easy callen, immer Aber ich glaub, der ist auch nur dumm Bist Tier 2, ich bin Tier 2, ist wenn du sich Grands callen kannst, also jedes Season bin ich Tier 2 Ich bin so Tier 3 Ich kann Tier 2 sein, wenn ich das Spiel spiele, so intensiv, aber es macht für mich keinen Sinn, weil ich mit, also, so, ich mach hier YouTube-Content Und in meinen Augen ist es einfach, keine Ahnung, ich sag's mal so, wie es ist, also, ich verdiene halt einfach viel mehr durch Content, ne? Ähm, so, die ganzen Daily YouTube-Videos, die kann ich nicht machen, wenn ich auf Com fokussiere Und ich verdiene halt einfach mit Daily YouTube 10x mehr, als mit irgendwelchen Noble-Scrims Ich kann das natürlich obviously beides vermischen Aber dafür brauch ich einen festen Schlaflugmus, und dann hab ich keinen Relief mehr Aber komm, mach doch nicht mehr so viel Spaß Ja, also, Com wird es sich lohnt, wenn du die Price-Pool wieder hochstellen, aber du kriegst halt nur für den ersten Platz richtig viel Geld Und, keine Ahnung, wie viel, wie viel ist Top 10, wie viel ist Top 10 jetzt, wenn du Finals Top 10 playst, wie viel ist das, wie viel Geld ist das, Chat? Also, nur so, nur so als, ähm Wieso, wie viel, wie viel wär das? Ich hab die Preise nicht gesehen Beim Grind ist es nicht mehr Controller, ich grine wieder Controller Ich treffe doch wieder alles, ich hab einen Cent Ich stick auf den Cent jetzt mein Leben lang Top 10 ist das, was du auf YouTube in einem Monat verdienst Genau Jetzt ist halt die Frage, lohnt sich das, Top 10 Grants Für Top 10 Grants, was du nicht mal sicher hast, weil du vielleicht auch Spawn contested bist Ähm, auf Top 10 Grants zu spielen, oder lohnt sich das auf YouTube auf eine Pesteinnahme Und wenn der Monat richtig gut läuft, so um 10k zu verdienen Also, es sind sogar Dollar, ich verdiene mit YouTube mehr Äh, Top 10 sind 15k, 15k each 7,5k each, ja sogar noch weniger, perfekt Ja, es lohnt sich halt nicht Man muss das aber nur alles ein bisschen ausrechnen Also, ich sag jetzt, es lohnt sich halt wirklich nicht Aber wie viel Euro machst du, aber, aber, wie viel Euro machst du mit Geld? Bro, ich, alleine wenn du jeden Tag ein Video uploadest und das 30k Klicks hat, verdiene ich mehr als Top 10 Und ich verdiene mein, also, meine Aufrufe sind ja diese Sind ja jetzt schon seit 2 Monaten Bro, also, ich hab den schon mal getötet, ne? Bro, sind die Leute irgendwie auf den Kopf gefallen? Für dich würde es sich echt nicht lohnen Aber für andere schon Ja, für andere, aber ich bin halt, ich hab einen festen Stand Schau mal, ich streamen ja auf Twitch Ich hab meine 1000 Zuschauer Äh, auch wenn Twitch jetzt underpaid Aber ich sag mal so, ne? Selbst wenn ich meine Organisation nicht mehr wäre Ich glaube, ich hätte voll viele Sponsoren auf YouTube Die ich dann sozusagen mit in Verbindung ziehen könnte Also, ich würde easy auf mein Gehalt kommen Was ich halt gerade durchziehe Und, stellen wir vor, es kommt irgendwann mal ein neues Spiel raus Das kann ich dann auch auf YouTube durchziehen, während ich Fortnite mache Äh, also Es ist ja nicht mal so, dass ich nur ein Channel führen möchte Wenn's ein neues Spiel rauskommt No joke, ich sag jetzt, es ist GTA 5 Also, GTA 6, ne? Ich werd das komplett durchgrinden Also, auch auf Stream Ich werd das, ich werd meine Lebenszeit da reinstecken Und da werd ich auch übelst viel Zeug drauf machen Ich werd ein Save Ich werd 100% Ich werd das mit Fortnite Ich werd wahrscheinlich Fortnite noch weiterspielen Wenn das da noch im Hype ist oder sowas Aber ich werd, ähm Den zweiten Kanal aufstellen Und werd das halt einfach Ja Weil in meinen Augen macht das einfach Sinn GTA 6 wird ganz YouTube spielen Ja, ja, aber ist mir egal GTA 6 wird so geil sein Bro, GTA, also ich habe, no joke, in GTA 5 hab ich mein Leben reingestellt Ich bin ein richtiger GTA-Fam Ich finde, alle Games von Rockstar Sind die besten Royal Redemption 2 hatte eigentlich auch so Potenzial für Online Aber die haben das so kaputt gemacht Die hätten das so viel besser umsetzen können Royal Redemption 2 Online Hätte so gut sein können Ich meine das sogar ernst Das hätte no joke eines der besten Spiele sein können Jeder fährt weg Die fighten alle gar nicht Warte mal, der cheatet Oh ne, ne Aber ich muss kurz aufpassen bei dem Ich tötete ihn irgendwie Da kann nicht so gut sein Ich muss eigentlich nur die erste Kugel Warte mal, damit ich nicht Wampern werde Ja gut Ja gut Leute sind so Die Leute sind so selbstbewusst mit dieser Autoshutgarten Ich finde das so lustig Das ist zu Quack Oh mein Gott Ich habe meinen Shot gemisst Wäre so ein guter Clip, ne Ich habe meinen Shot gemisst, wäre so ein guter Clip, ne Mager Kork Hast du kurz bemessen Bro, du musst das schlau machen Wenn du Kork snacken musst, Digga Dann holst du dir halt diesen ganzen Becher Und dann musst du Sachen rein mischen Zum Beispiel erst das mit Äpfel Äpfel immer Drei Äh Je nachdem was du halt magst, ne Wenn du nur das Kork essen willst Dann musst du zum Beispiel noch was dazu behalten Aber Einfach snacken Also kannst man Ich esse zum Beispiel gar mit Äh, hier Weintrauben Ne Aber schmeckt auch voll gut Also es ist voll easy Wenn du es Wenn du es richtig Ich kann nicht schießen Geiles Spiel We love Fortnite Banan oder Erdbein Ja, kannst du auch Jetzt kannst du voll viel mischen Also ich liebe Äpfel Deswegen esse ich immer mit Äpfel Aber Es ist ne Professor-Sache, ne Du sagst, wie es ist Also es ist alles messbar Aber Kork kannst du Actually so nice So nice Ähm So nice Mischen Das schmeckt eigentlich so gut Ihr müsst einmal Ihr müsst einmal nur essen halt Ne Also ich hab halt morgen Schlechten Appetit Sehr schlechten Ich kann morgen so wie gar nichts essen Deswegen Ich hab mir jetzt einfach Kork gemacht Das ist doch bei mir noch Gefühlt immer noch Frühstück Also Ich bin zu einem Uhr aufgestanden Ich frühstücke wie ein Penner Bei mir ist Frühstück Krise Aber dafür esse ich halt mittags mehr Ist bei mir auch mehr Inwiegend Tabletten Diese Tabletten Verdauert Machen mir meinen Appetit weg Ich halte Travis Gegen Travis Wer gewinnt Ich habe es halt an die Geist Gute Chance noch für eins gerade Würdest du ihm das Spiel spielen Ja aber Ich kann es ihm nicht verwiebeln Ich habe es stripped Ich habe es noch einen Nehmen Dass den Ärger Einen Wir Senin Wir 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 Okay, keine Ahnung wo jeder ist, aber cool. Hast du schon mal drüber einen neuen Dillner, oder weißt du, der halt inaktiv ist? Ich war auch voll viele Season inaktiv und zu dem hat mich dann nicht droppt. Ich halte es nur für selbstverständlich, dass ich ihn dann auch nicht droppe. Wenn er das Spiel quitten will, dann soll er es machen, dann suche ich mir einen neuen, aber so lange spiele ich mit ihm. Zu einem ist erst noch gut, aber ich glaube, wenn Waffen in Krative reinkommen, dann spielen wir auch wieder ein bisschen mehr zusammen. Weil dann spielt er das Spiel auch. Wenn es das Moneymaker gut ist. Ja, klar. Wo sind alle? Es ist ständiges Suchen. So anstrengend, ne? Digga, ich snack mir jetzt meinen Quark da oben und warte bis jemand kommt. Ich werde es verstehen, weil er mich wie ein Opa editet. Digga, ich habe Pre-Edits an. Gehe. Hm. Ja. 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 Wir müssen auch lieber das Spiel her. Das war's für heute. Hä? Hä? Warte, was sind das für Leute, Dinger? Warum steht er da? D2 Lechi für dich, B***h! Äh, ich werde einfach auf Paddles jetzt umsteigen, und einfach beinens so einstellen, dass du halt einfach damit spielen kannst. Ich bin Diamond, ne? Ich gehe, ich muss um 15 Uhr, ähm... Ich habe nochmal einen Timer um 15 Uhr. Ich, ähm... Ich hole wieder. Ich muss jetzt was machen. Entschuldigt mich. Es ist völlig schnell, es ist... Zwei-Zwei-Minuten-Sache. Und diskutiert im Chat, ob ihr irgendwie cool seid oder sowas. Ich... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Zweifel, ich küsse dein Herz, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, Insolvenz angemeldet. Vielen Dank. 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 Bye. Do not worry about it. What did did she do, to come in prison, bro? okay should watch your stream all right bro what the fuck life sentence so 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 Hmm. Hmm. Ach, so ne Scheiße, Mann. Warum läuft ne... Achso, der sitzt ja noch immer, ne? Der Sime ist ja dreieinhalb Stunden schon. Wograph 151. Ja, wenn die Scheiße hier ne... Wograph 153. Wograph 153. Wir machen das noch nicht. Ja, das wir machen, das wir machen. Ja, ich werde in 3 Jahren catchen, Chat. So, auf Dimension die ganz 40-Jährigen, die nur snipen. Ja, ich merk's. Ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 3 Jahren catchen. Ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 3 Jahren catchen. Ja, bitte. Ja, ich bin fertig. Ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 3 Jahren catchen. Ich spiele noch einen Headshot-Snipe, und dann geht's richtig ab. Ich werde in 3 Jahren catchen, und ich werde in 4 Jahren catchen. Hm? Gut. Ich habe eigentlich gerade Lust zu snipen. Ich nehme gleich dieses Motorrad hier mit. Ja, Digga, diese Raketen verfolgt mich. Guck mal, da liegt sie einfach so random. Irgendwie läufts. Ja, an sich ganz gut. Bis jetzt noch eine Runde verkackt, aber das war meine Einspielrunde. Deswegen, sonst zählt das noch. Ich glaube, es wird ein bisschen schwerer, wenn wir Chimps sind. Ich habe keine Ahnung, wo der wieder Impuls ist, ne? Das ist halt. Ach, Bro. Ey, no joke Impuls. Also diese Impulse sind auch wirklich nur für diese kleinen Opfer da, die nur weglaufen können. Ich fahr jetzt einfach rein, Digga. Ja. Ich glaube, es ist ein Auto-Berfläch. Es ist schaffst zu sehen, oder? Du hast eigentlich so Low-Sense. Ich spiel' gerade in High-Sense. Ich spiel' gerade in High-Sense. Zeig' mal, please. Das kann ich nicht machen, Bro. Das ist ne geheime Sens, ab heute. Absehser kommt rein. Ja. Absehser kommt rein. Absehser kommt rein. Ja. Ja, okay, ich habe jetzt einen Grappler zu nehmen. Okay. Wen hat denn hier geschaut, he? Was sind das hier Bananen, Digga? War das doch nie als Diamond, he? Was machen die denn? Okay, 20 sogar, oder? Haben wir eine 20? Ja, ne? Neunzehn! Scheiße, egal, drauf geschissen! Digga! Oh ja, wir kriegen nicht mehr so viele Proz. Ich sehe gerne deine Meinung, zu hoch ist schlecht für Fortnite. Okay. 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 יב. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zeig mal neue Sins. Nein. Du spielst gerade meine Traumkombi. Echt? Bitte Fragen beantworten. Okay, stellt mir Fragen und ich beantworte sie. Ist das der Main? Nein, es ist nicht mehr Main. Lieblingsseif für nebenbei. Äpfel. Und Quark. Ich kann die Null, B-Zero. Cool. Ich bin... Ich bin... 3 Silence, Akampion Prime Da habe ich diese Bots haste, ne? 3 2 1 2 2 3 3 5 5 6 7 6 7 Du hättest mir jetzt nicht reindrücken müssen, aber das will ich. Ich verzeihe dir. Und wo kam der jetzt eigentlich? Ich verzeihe. Ich verzeihe. Herr Kaiser, sie stellt auch scheißfragen, stellt auch gute Fragen. Ich stelle so richtige Drecksfragen, die will niemand beantworten. Deine schreibt, hat Moneymaker einen größeren oder du? Was sind das für Fragen? Ja, steig ins Auto, komm. Dann bestellte ich den Chef, wenn man die Fragen antwortet. Tja, eben. Cool ist die Handjob. Bro, also ich frage mich eigentlich auch actually, woher die so viele Impulse haben. Da weiß ich nicht mehr, wohin der geht, der hat glaube ich schon 6 Stück benutzt. Wenn der noch mehr hat, dann habe ich meine Hoffnung aufgegeben. Naja, bestimmt ein Grappler. Das ist ein Grappler, Alter. Das ist ein Grappler, Alter. Ich glaube es nicht, ne? Ich glaube es nicht, Chat. Ich finde es immer so lustig, dass einfach niemand fighten möchte in den Lobbys. Also no joke. Es ist halt no joke einfach ein ganzes weggelaufen Schema. Nix weiter. Ich jage die einfach und die laufen weg. Ich bin voll wie Katz und Maus die ganze Zeit. Ich habe nach der Seite gekrackt. Auf alles hin da gemacht. Ich bin voll aktiv. Der wisst! Ja, ein Mensch. Bro, was sind das für Lobby-Sticker? Das bockt doch nicht mal. Warum bauen die nicht? Weil Goldlobby ist einfach schwerer, ich meine Platin. Das bockt doch nicht mal. Das bockt doch nicht mal. Bro, ich habe die Prefighten hier einfach nicht. Das bockt doch nicht mal. Das bockt doch nicht mal. Meine Mods sind gerade ein bisschen chillen. Auf Lock. Ich weiß nicht. Mein Mods wird doch nicht ganz in Team sein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe meine Farbe aber nicht auch gekippt gehabt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte schon sagen, man hat das so viel geschluckt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so. Ich glaube, jede Dialog ist gleich mein Lieber. Ich weiß auch nicht, was ich für Scheiß-Lobbys bekommen habe. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist so boring. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich meine, es war ein bisschen nachgeladen. Ich werde da nicht mal Schaden-Taken sein. Mein Cheater, na, der war schlecht. Hm. So dumm, dass er es auch eingenommen hat, hä? So dumm, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Guck mal, der versucht nicht ganz ehrlich zu schießen. Heilige Scheiße, aus Spiele hier. Der Nadeln weg, ich weiß, ich weiß nicht warum ich so eine Dreckslobby habe. Ich meine, für das Video wird das jetzt entspannt sein, das wird einfach kurz gecutt sein, aber für den Zoom ist das ja langweilig. Biao, 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 biao. Okay. Ich habe zwei Geschüsse. Ich habe zwei Geschüsse. Wo ist der jetzt hin? Oh mein Gott. Alles gebrochen. Ich kann das nicht benutzen, Chat. Oh mein Gott. 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 Ja, das ist das Läuvis, ey. wo sein sohn klar sohn klar Das war's für heute. noch so drei stunden ja bestimmt mal schauen wie lieb die lobby sind ich weiß nicht wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht fährst du nicht bowling du hast einen schlechten tag gehabt warum hört sich ja jetzt nach frankfurt wem redest du nomen ist halt in zucker dank für den prime an der allerersten ich glaube ich hatte schon vorgelesen gehabt aber falls noch ich dann lese ich nochmal vor danke danke prime schaut aus wie zwei privates kostenlos würde mich sehr sehr unterstützen oder falls ihr werbefreie streams haben wollt mit werbefreie streams halt so wie die moschi weil der macher ist ja ihr kriegt emote animierte emote dazu und die stream so gut wie täglich das heißt das würde sich in meinem fall sogar lohnen weil ich bin halt daily streamer also es ist in dem fall also wenn ihr vier euro bei mir ausgebt und ihr mich sowieso viel schaut dann macht das halt in dem fall sinn wenn ihr keine werbung haben wollt wenn ich dann nicht ist nicht schlimm ist nur ein angebot falls ihr davon noch nicht wusste jetzt wisst ihr es was ich danke aber für den dritten war alle guten dingen sind reich gestern herz vielen vielen dank für den prime ich weiß nicht hat man nicht gestern voll viel clip zu gesehen wo er einfach lockt auf leute die in der luft sind ich weiß nicht wie man in den servern möchte sein jemanden tracken möchte aber wenn das nicht also ich will niemanden verurteilen aber für mich sah es mit cheats aus digger das kann diesen durchdrop schon oder dann sind wir vergriffen ja wegen der fahnd wo es war schon gezielt eben die scheiße die leute ob die leute sich hier mal nicht weg laufen wäre mal optional geil weil was ist das 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 Bro, what the? Digga, was ist mit meinem Aim los gerade? Digga, mit wei sind ja nur noch Bots in die Halo, for real Ah, ich sollte mich nicht beschweren, mach mein Leben einfacher Uh, ich darf nicht so kommen Bro hat keine headsets. Mein Brunker, danke für den ersten Monat und den ersten Prime, also allgemein, danke für den Prime Stop, ich küsse dein Herz, vielen, 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 vielen Dank. Alles zu schätzen, danke dir mein Lieber. Danke. 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 überclockst du deinen controller momentan nicht doch ja mache ich 8000 auf 8000 überclock ich aus der galaxy swapper nein da waren die streams nennen ist ne scheiß frage also was erwartest du jetzt von mir soll ich ja ja willst du dass ich ja sage oder natürlich nicht das ist die micke schon? ne an die micke gibt es stickdelay da habe ich schon ganz viel herausgefunden es lohnt sich nicht was auch immer ihr macht benutze es nicht bitte gibt komplett ein stickdelay oder also wie soll ich sowas treffen boah ich bin gerade komplett am milken boah war das schlecht gespielt heike scheiße also amendments auf Das war's. Das war's. Die Leute verstecken sich nur in Rank. Das ist so anstrengend, ne? Das ist so anstrengend. Yep, 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 yep. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Das war's. Das ist so anstrengend. Okay. Das ist so anstrengend. Okay. Das ist so anstrengend. Das ergibt einfach keinen Sinn, meine Augen. Das ist so anstrengend. Okay. 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 guck ins tweet mein täglicher schwarztee 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 Das war's? Ja. Okay, die Lobby sollte ein bisschen besser sein, aber jetzt nicht zu einem Niveau, dass ich jetzt irgendwie sterben sollte eigentlich. Heimatstadt? Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin aber ne Russe. Also ich bin eigentlich Russe theoretisch gesehen. Ich bin in russischen Verhältnissen aufgewachsen und ersprach war Russisch. Ich bin einfach nur hier geboren. Wo ist das Land in Niedersachsen? Also jetzt gar nicht in Frankfurt, also in Hessen, aber in Niedersachsen wohne ich. Ne, Hannover. Oh, das ist zu heiß ist ein TikTok. Ich hab das random gesehen. Ich fand das lustig. Ach, der sagt das auch nur um TikTok-Klicks zu generieren. Ich hab das ausprobiert. Das war's. Das war's. War da nicht noch einer oder ist er gestorben? Das war's. 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 Das war's, das war's. Was ist das? da seit Tag 1, Macher. Macher wie er im Buckel steht, mein Süßer. Solange spielt sie schon, solange der Stream läuft. Warte bitte zum Offenbarer meinen. Ich weiß nicht mehr wie man in der Innenstadt rotiert. Low Key, ich bin verloren. Ich muss mich da irgendwie noch überwältigen dafür. Ich verfrage den jetzt, ist mir scheißegal, Digga. Bro, wie kann man... Natürlich halt dich, Digga. Schau, was das für Lutscher sind. Wirklich, nur snipen können die, Digga. Ihr habt recht, die sind wirklich Opas, Digga, und die nur snipen. Alle 40 Jahre alt. 20 Impulse ist EJ im Inventar. Ich mach nen Grappler. Was ist das für ein Rank? Fucking... Diamond. Schlimmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Oh Gott. Plager YouTube. Ich werde dir niemand anschauen, Bro, wenn du so spielst. Ich habe es in meinem Leben. Und ich werde dir nicht überwärtgen, wenn du so spielst. Es werde nicht nur noch gefallen. Es wird nur noch so spielst. Geht doch. Mit den Zuschauern kriege ich einfach Aggressionen, fühle ich. Geh ich nenne die Glöbplätze mit, scheiß drauf. Ich bin in Kontrolle, bis ich ein Fetch. Ich weiß nicht. Hm, hm. Hm. Kommt ihr Zen? Kommt eh keiner mit. Es glaubst nur wie viele Konzelspieler hat Zen, Digga. Jeder macht das. Ich mach's aber nicht. Ich kann's nicht machen. Warum sollte ich meine Karriere riskieren? Ist doch voll dämlich, Digga. Außerdem hab ich eh bestes Sam-Aziel als Zen-Spieler. Ich brauch keine Cheats, um gut zu zieren. Das ist nicht schwer. D2 Lechi für you, Brich. Richtig, danke für den Thorn-Sub. Mach, Ariki. Ich küss dein Herz ange dir. Chat, falls ihr einen Prime oder einen Thorn-Sub benutzen wollt für Werbefrei-Streams und Emotes, falls jemand im Stream eh immer relativ aufschaut. Einfach aus Zeichen Prime in den Chat. Oder, ja, ihr könnt halt unten rechts beim Streams suben. Wie gesagt, Werbefrei-Streams. Zeit für einen Monat. Und, ja, ich krieg keine Werbung reingedrückt. Ich würde mich sehr, sehr unterstützen. Ich stream daily. Wie? Also lohnt sich das bei mir in dem Fall halt. Und, ja. Braut, mir weit geht's aber halt meine ganze Leben. In deinem Willst du noch dieses Head-Up-Programm für Controller? Ja. Kriegst du nicht auf Dauer in dieser Posi Nackenschmerzen? Ich habe jetzt schon Nackenschmerzen. Äh, ne, es geht. Ich habe einfach nur Nackenschmerzen, weil ich einfach voll verspannt bin am ganzen Körper. Aber das war's. Das war's. Warte, Unreal? Digga, warte, was? Hä? Werd ich nicht übelst Plus bekommen durch den Kill? Das war Elite, nein, das war Unreal, 100% Warte, 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 Warte! Okay. Warte, nochmal kurz zu Laufen zu fahren. Ähm, ne, ich will dich hier nicht wirklich belästigen. Ich schlafe mitten im Wohnzimmer. Bleib bis 4 Uhr nachts jedes Mal wach, weil ich Schlafprobleme habe. Und, äh, ja. Ich bin wirklich ein Missionary. Ich bin wirklich ein bisschen verletzt, weil ich nicht mehr verletzt bin. Aber das ist, dass ich nicht mehr verletzt hab. So, ich bin wirklich nicht. Ich bin echt, dass ich nicht mehr verletzt bin. Ich bin echt, dass ich mich nicht mehr verletzt bin. Das bin ich nicht. Bro was stuck. Bro was strippin' there. Huh. Is the cross on Windows? Na ja ja, was ich nicht mehr an will. Ich war schon von der Essen war an will, ja. Also Leute, na ja, es ist unglaublich Digga, Spiky Cannon Digga. 200! Oh my god, bruh! Irgendwie verblödet oder sowas. Oh, ne, ich bin verblödet. Oh my god, ich seh's. Morelos mit dem Gifted, der tägliche Sub. Wieder anwesend, wa? Wurde gesniped, aua. Morelos? Ah, mein W ist ja Morelos. Danke dir Morelos, gesniped. Macher, wie im Buche steht, Schatz. Gib mir dafür die Subs. Achso, der ist da oben, ich seh's. Hof. Das war's. Ich bin immer anwesend, aber du hast mir gelernt, auf Skills zu achten. Ja, siehst du, guck mal. Chat, seht ihr das, was für ein Macher-Streamer ich bin? D2-Legi für ihr will. Danke dir, ich kiss dein Herz. Vielen, 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 vielen Dank. Hab keiner, wo der ist, ne? Also im Ernst jetzt... ...da warten wir wohl. Okay. Wah! Ich glaub sie ist schlau genug. Ich werd jetzt Headshot-Snipe schon zu selten. Okay, vielleicht kann Headshot-Snipe aber es ist selber. Okay. 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 Diamond 3 sollten wir jetzt sein. Oh, es wird noch ein langer Tag. Es wird noch ein langer Tag. Ich hab' jetzt halt für ein Skin-Änderung, Chat. Ich find Travis am meisten seinen Low-Key ausgelutscht. Ich hab' es mal vorhin, der mehr im Geht's. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das ist hier wirklich... ...da ist das ganz schön... ...das ist wohl blöd. Ab was. Nach den genieben, wenn er in den Gits... ...dass ihr hier ist... Angewendet. Lass mal kurz YouTube schauen, ob da jemand was gemacht hat. Ich schau mal ab und zu YouTube rein, weil da manchmal Leute renaten. Ähm, ne. Okay. Auch da, wir sind ein, das sind ein sidekampisches von Checklist. Wir haben auch wenige, die von X-Men das werden. Hast du echt nen Sohn? Nein. Sohn? Aufnahmen starten. So. Okay. Wo kommst du mit mehr viel Geld? Es geht. Na also, ich verdiene nicht so viel mit der Map. Wir spielen weniger drauf halt, ne? Ich würde mehr verdienen, wenn mehr Leute entweder spielen. Aber wir spielen jetzt nicht wirklich krass viele. Okay. Ich muss auch 1-1-Format um Kohle auf der Map machen. Ja, ein bisschen recht. Aber ich werde das wahrscheinlich besser. Also das Ding ist, die meisten Pros spielen das halt, weil die wissen, dass die gewinnen. Ich glaube, wenn ich das mache, dann würde ich ein Format so machen, dass es eine Bracketliste geben wird. Also gegen Zuschauer. Und dann würde ich das einfach gegen Zuschauer-Abwohnungen machen lassen. Also, dass ich zum Beispiel das dann hoste. Die Screensharen beide über Discord. Und dann gibt es garantiert einen Winner. Also wir machen ein Festbudget, was ich dann auch wirklich ausgebe. Weil gegen mich werdet ihr halt einen Mindfuck D nicht gewinnen. Das ist halt der ganze Sinn. Deswegen machen das auch die ganzen Streamer. Ihr werdet nicht gewinnen. Also ihr könnt gewinnen, aber die wissen halt einfach... Ach du Scheiße. Ich bin einfach fast gestorben durch den schlechtesten Spiel der Welt. Ich bin einfach fast gestorben durch den schlechtesten Spiel der Welt. Ich belö plasma wieder TC-R7 der Hand. So werde ich's British, was ich hatte... ... canopyeln, aber das packen mit letter часов. Setzze. So ja euh... Ich bin einfach drauf. Just wenn der Ton. Munger hat letztes Fall an gegen einen Zuschauer, aber Munger ist auch nicht mehr so geistesklang so kreativ ist eine komplett andere Welt geworden, da kennt dich jeder Schappern heutzutage, wenn du es falsch spielst Halt es gegen einen Dinosaurier, wenn es ist, Schwanz ist deinem Digga, ich rede gerade mit dem Chat Digga und ja Wo ist es denn, wenn die so scheiße sind? Kommt drauf an, es geht, also ich kann mit dem Chat reden und ich habe meine Zuschauer, ich glaube so schlecht ist der Content jetzt nicht mal, es geht nur noch auf auf die 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 Okay. Was machen die denn, hä? Warum hat der in die falsche Richtung Impuls, Digga? Drakvi is no joke. Restream meinen Stream jetzt gerade, den ich hier gerade habe. Kannst du das machen? Weil Vedef macht das bei mir auch. Da kriegen wir den Account heute auf 10k. Okay. 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 Ich habe noch zu viel zu erledigen, Alter. Ja, scheiß drauf. Ich würde sich auch Restream aber ich streame schon auf Youtube. Wie heißt dein... Name vom Account? Hä? Wie heißt mein TikTok Account? Ähm... Lechi Shorts? Oder? Keine Ahnung. Den gab's vergessen. Wie heißt der Account nochmal? Hmm... ... Nein, ich bin wieder da. Let's just spam, genau. Genau, genau, genau. Digga, ich kann dir gar nichts merken. Mein Kopf ist einfach so alt. Ich bin lowkey alt. Expo der Linie. Ich spiele Expo. Die Flasche zum cai. Die Flasche. Die Flasche. Mm, 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 mm. Hm. Yeah. Ich glaube, ich verjag die Gegner, wenn ich fliege will. No joke. Boah, ich muss das unbedingt treffen. Das ist dann schlecht. Oh, what the fuck? Warum sind die überhaupt zwei Ziplines, der? Boah, also dieses Spiel, ne? Ja, ist gut. Okay. 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 dann hat er getanzt ich mach sowas nicht aus Respekt zu den Leuten, die das nicht leisten können mach ich sowas nicht sonst nicht free money, aber ich mach sowas wirklich nicht so 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 Ich kann da keine Wand setzen. Da kann man mit kanal.instapollowern, ja aber das ist kanal.instapollowern. Das kann jeder, das ist kostenlos. Solange man genug schaut, aber instapollowern mit Zapps zu kaufen ist ja in dem Fall nur Payton. Das kann jeder. 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 Keine Ahnung wo die wieder sind. Keine Ahnung wo die 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 sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung wo die sind. 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 Ich werde drei Jahre noch resignieren. Wo ist ein Account her? Das ist meiner, das ist ein Account, so kann ich stehen. Ich werde drei Jahre noch resignieren. Spielst du ab Expo? Ja, ich spier Expo. Okay, sollten die Lobbys nicht gut sein? Ja, ich spier, ich spier. Okay, bro. Ich hinterfrag das nicht, dass du da landest, wo ich gelandet bin. Okay, bro. Okay, bro. Okay, bro. Okay. Okay, bro. Okay. 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 Wenn die Leute snipen ein, dann laufen die weg, ich glaub's nicht. Egal. Ja, ich bin ein Schaden. Ich bin ein Schaden. Ich habe das einfach gar nichts gehabt. Was ist das? Was passiert ja nicht gerade? Ja, was passiert ja nicht gerade? Okay. Okay. Bro, also... Wie kann das sein? Hä? Wirst du sagen, Holo 13 ist ein besseres Kopf hierher? Hm, ja. Also alle anderen haben zuviel Rückstoß, ne? Danke. Ja, keine Ahnung, wo der NS-Chat spawnt. Oh. Okay. 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 Oh. Okay. Das ist jetzt unoptimal. Okay. Der Jack glaubt, ich kann kurz aufs Klo gehen, Digga. Ich muss vor allem übel pissen, Alter. Ich geh jetzt einfach scheiß drauf, Digga. Okay. 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 Okay, okay. Okay. All right. Okay. Oh, sehr gute Sitz, ja scheiß drauf, ich hätte alles gut. Oh, sehr gute Sitz, ja scheiß drauf, ich hätte alles gut. Oh, sehr gute Sitz. Oh, was glaubt ihr, wie viel Plus kriege ich mit der Runde, wenn ich die gewinne? Aber wie viel kriegt man in Elite-Chats? Ich mach jetzt Musik an für mich, Chad, weil ich muss ein bisschen viben. Oh, sehr gute Sitz. Oh, sehr gute Sitz. Oh, sehr gute Sitz. Oh, sehr gute Musik. also ihr hört das doch, hört ihr die musik? ich würd'n sagen, ne ihr könnt die musik leider nicht hören tut mir leid für euch weil ich musste wegen youtube aufnahme ich muss mal schauen ob ich, ich muss mal zuhause schauen wie ich die sound cutten kann von rbs also wenn ich aufnehme dass ihr das nicht hört aber es ist etwas schwerer hat er die pumpt ne egal die verfickte pumpjet warte mal ach zum glück was soll ich mit meinen crash pads? wasp man always wasp man always mh, mh , mh, mh, , mh AR!! so com' da começ bei der frente mit der bakın, dass du com ok braunск mh, mh, mh Kein Fingergefühl, ne? Scheiße, ich hatte es treffen müssen. Hat sich selber getroffen, oder? Okay. Boah, die Lobby sind jetzt geil. Good aim, Chad, good aim. Jawohl, aber bad aim, bad aim. Du bist eine Legende, wenn du jetzt SSX kennst. SSX? Ich bin keine Legende anscheinend. Most. rice speak of gente. Da, 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 da der. Wir werden nichts anderes auf den Herzen von uns auftragen. Mist, wir einen Klop1-Dasteren-Üst차 Bach-Shot. gut aim chad, gut aim, gut aim gonna rob my titties in buttermilch ranch ich hab mir einfach keine ahnung was er hat, weil er so schlecht sind Digga, jetzt mal ich bin tot ich glaub es nicht Digga, ich glaub es nicht, ich bin so schlecht Digga, ich bleib fein weil ich fett bin warum misse ich, ist aber misse ich meine Finger machen nicht mehr mit, Schatz ooooh, ich bin durch Batman gestorben, man bad aim ooooh, chad glaubt ihr es treff in Red Bull 20 sub gibt es die extra wieder Guck ihn an Digga, der ist so schlecht ich kann jede Zeit essen aber ich muss wahrscheinlich mit mir hinten spielen weil ich hab keine Zeit sonst das ist so schlecht Elite 50% Champ und danach André ja ich hab Elite in einer Stunde also ich bin nur D2 let you for your bitch aber danach gehts los er hat 50 subs gegiftet ja Bro ich hab gesagt ich werd für 20 er hat wohl Exen, er hat 50 gegeben Digga, Chat Bro is fucking him, Chat oh mein Gott, alter heilige Scheiße jetzt muss ich das wirklich Exen, ist auch noch kalt, ich werd sterben Bro, Digga hat 50 Sub gibt es Digga, einmal Ws aber nur Ws, ich will so einen kompletten so diesen Rauschen so falls ihr ein Sub gegiftet bekommen habt, schreibt Danke in den Chat, Digga der Junge hat grad gespendet wie ein Held wie ein Macher allemal Danke in den Chat und Ws alles eigentlich der Macher wie im Buki steht er ist ein Macher wie er im Buki steht Chat 50 Sub gibt's heilige Scheiße, Alter das ist crazy das ist so crazy das ist actually loki crazy zweites Brolexen zweimal Herzepack wuhu, let's go Chat 50 Sub gibt's Digga waa alter ist das crazy Digga vielen 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 Dank also im Ernst danke dir das ist abnormal toll let's go man kann aber auch aber nur einen Krankenhausbesuch ja nur einen egal D2 Lexus vorjuböd ok Bro hold up Digga irgendwas stimmt hier grad nicht Digga Bro wat was zum Kick der Junge hat gerade 100 Subs gespendet Chat der Junge hat gerade 100 Subs gespendet Chat ich werd gleich nen Herzepack bekommen nicht nur durch das Red Bull sondern durch ihn selber ich hab schon nen Herzepackt ich bin tot Digga ist mir gerade gefangen warum häng ich so Bro Ws nochmal Digga 100 Subs 5 Red Bull 5 mal Herzinfarkt 5 mal Herzinfarkt 100 Subs gibt's Chat D2 Lexus für dich Bitch Digga warte mal hier stimmt irgendwas nicht Chat hier stimmt irgendwas nicht Chat hier stimmt irgendwas nicht Chat hier stimmt was ganz und gar nicht Chat er ist im er ist fucking im Chat hier stimmt was ist hier los Chat der Junge ist ein Macher der hat 150 Subs gespendet er schickt schwarz Geld er ist mit Bro du bist doch geistens krank Bro 150 Subs ich krieg die Krise ich krieg die Krise ich krieg die Krise ich krieg die Krise Chat ich werde Peter sterben ich kann mich nicht mehr richtig fokussieren D2 Lexus für dich du bist echt geistens krank ey wirklich ey wirklich er wollte nur deinen Dude aus dem Knast holen Digga endlich kann ich mir wieder einen Döner leisten Chat Digga was D2 Lexus für dich D2 Lexus für dich D2 Lexus für dich D2 Lexus für dich ok warte mal hier stimmt irgendwas nicht Digga Digga was bin ich träum ich Digga ich träume ne Schau woher die Subs kommen Stimmt ist kein türkisches Sub sein Digga ich weiß es nicht selbst wenn es türkische Subs sind ist aber scheiß viel Geld 200 selbst wenn es türkische Subs sind das ist im Endeffekt trotzdem voll viel boah er hat gerade 200 Subs gegiftet ne ich krieg die Krise ich weiß nicht ich kann das nicht mal nachschauen aber Digga was er hat gerade 200 Subs gegiftet Chat einmal Ws nochmal D2 Lexus für dich Digga ich bin geistig eingeschränkt also warte mal warte mal was ist hier los alter 250 Subs der Junge ist in den Top 10 einfach er ist einfach in den Top 10 einen Tag hoch gegangen kann er mir kann er mir einen Sub spenden bitte Digga du bist schon ein Sub Bro ist Contesting Lutz Pogo Digga 250 ich lande im nirgendwo ich bin gerade äh ich habe gerade ne ich habe gerade ne Lifetime Crisis Digga Bro 250 Subs ich bin geistig ich bin no joke geistig ich brauche nen Arzt Digga Chat alle einmal Ws in den Chat nochmal 250 Subs Wolltest du auch was in den Chat schreiben du kannst jetzt Lifetime du kannst jetzt ne Lifetime Message des Jahrhunderts schreiben aber die Server lecken ach so ne Scheiße oh mein Gott Digga wie war das ein 40er wie war das ein 70er Digga und wie habe ich keine Builds ich habe zu viel Geld Seine erste Nachricht heißt ich habe zu viel Geld ich glaube es nicht Digga ich mache Minus in Elite Digga und ich glaube noch immer nicht dass ich 250 Subs bekommen habe er schreibt ich habe zu viel Geld Digga 250 Subs er schreibt in den Chat ich habe zu viel Geld er schreibt in den Chat der Folge seit 30 Minuten Bro bist du eventuell Bitcoin Millionär? kann anscheinend sein Digga wenn du 250 Subs gibst es Digga selbst wenn es türkisches Ding ist macht es keinen Unterschied also es macht schon Unterschied aber Digga ich weiß dass es 1,3 Cent ist aber das ist sauvie Geld Digga trotzdem wir sind sozusagen 250 mal 0,30 das ist trotzdem voll viel mit geklauter Kreditkarte sind dann circa 100 Euro ja ist ja trotzdem voll viel hä? ein Macher Digga wie im Buch steht man kann gar nicht Subs man kann gar nicht Subs direkt sind glaube ich Nein wirklich vielen vielen Dank also ich will dir gar nicht unterstellen selbst wenn es irgendwas ist vielen 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 Dank für die Subs also im Ernst ich küsse dein Herz danke dir also im Ernst jetzt vielen 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 Dank aus purem Herz also dass du mir das überhaupt kennst Bro ich bin einfach der Code Digga du bist halt no joke der Code Digga ein Cheatcode erscheinend Digga 250 Subs Bro ich brauche einen Arzt ne eher Notarzt ja auch Bro das meine ich von meinem Vater schaut rein von deinem Vater? warum hast du nicht warum von dein Vater? warum ist dein Vater eventuell Bill Gates Also, ne, im Ernst, danke dir, also, weil mein Vater es erlaubt hat. Bro, Digga, das sind 250 Subs, ich kriege die Krise. Also, im Ernst, ich kriege die Krise. 250 ist... Das ist, das ist, das ist... Das sind 250 Subs? Ich krieg's nach die Augen, von dir und deinem Vater. 250, Digga, ich versteh, du verstehst ja eigentlich, wie das ist. Ihr müsst, ihr müsst das mal verwirklichen, Digga, ich verdiene mehr Geld, als du gucken kannst. Ja, ich merke schon, Digga. 250 Subs, Alter. Oh mein Gott, ey. Digga, das ist geisteskrank. Im Ernst, danke dir aufs Herzen. Also, wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Chef, falls ihr... Also, 250 Subs, sind 250 Subs, falls ihr einen gegiftet habt, ne? Äh, bekommt ihr habt, einfach Dankeschreiben, weil ihr habt, als wäre es für ein Streams, Digga. Weil er ein Macher ist. No joke, das ist ein Danke. Ihr müsst Dankeschreiben bei sowas. Also, falls ihr es bekommt habt, einfach Dankeschreiben. Das ist halt selbstverständlich, in meiner Augen, in meiner Augen, eigentlich. Habt keinen bekommen, aber dann ist es ja. Wenn du bist schon zappt, ähm, wurscht er. Ich habe gerade einen Du-Cash-Club gewonnen. Danke, also, im Ernst, vielen, vielen Dank, aus ganzem Herzen, für die 250 Subs. Also, an dich und deinem Vater, an dir auch nochmal, weil du mich irgendwie im Bild hast, oder irgendwie im Schaus oder so. Ich kümmere es in deinem Ernst, in deinem Ernst. Also, vielen, vielen Dank. Also, vielen Dank. Wow, 50 kostet 200 Euro. Ich weiß, das ist ja das Geisteskranke. Voll süß, dass er auch runterspringt. Er wollte fairen Fight haben, Chat. Bro, ja, keine Ahnung, also, was soll ich sagen, Digga? Ich kann dir im Ernst nur Danke sagen. Also, aus tiefstem Herzen, ich küsse dein Herz, vielen, vielen Dank. Also, das ist geisteskrank, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, was das Lustigste ist, Chat? Ich war, ähm, draußen. Also, ich war gestern draußen. Ich bin, ihr wisst, also, ich bin echt so eine Person, wenn ich irgendwie Geld habe und ich irgendwie Leute sehe auf der Straße. Äh, das soll jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so gut im Herzen Menschen klingen oder sowas. Ich finde das einfach nur geisteskrank. Ich habe, da war halt ein Obdachlose und ich hatte halt noch irgendwie 10 Euro. Ähm, also, ich habe so einen 5, 10, 5 Euro Schein, ne? Und ich habe den halt eingegeben. For real, das war gestern. Ich meine, das ist ernst, das war für ihr gestern. Ähm, nee, vorgestern, vorgestern. Äh, das war vor so einem Penny. Habt ihr ihn gegeben? Und man sah, und dann, das ist halt voll geisteskrank, ne? Weil, so, das ist so immer dieses, irgendwas, so, es kommt halt free irgendwie, immer wenn die sowas machen, kommt immer was Gutes zurück, Digga. Obwohl ich das nicht mal aus diesem Interesse mache, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist immer, wenn ich irgendwie Leuten helfe oder sowas, kommt immer was Gutes zurück. Das ist so geisteskrank. Ich habe einfach voll gutes Karma, Digga. Das war echt scheiße. Du hast gejinxed. Du kannst, du kannst mich adden. Du willst, dass ich dich in Fortnite adde? Ich bin gerade nicht mal mein Main-Account, Digga. Aber nach 250 Subs habe ich irgendwie keine andere Wahl, Digga. Das wäre außer Zeit, wenn ich es nicht machen würde. Digga, 1000 Euro, Digga. Also, das ist geisteskrank. Oh, der Scheiße, ich sterbe durch den Loser-Chat. Okay, warte, ich muss ihn warmpumpen. Boah, der hat es gekauft. Ich bin furry käuflich gerade geworden, Chat. Boah, ab in die Butter-Luke. Ja, so 250 Subs sind halt geisteskrank. Boah, du musst mir, ähm, ich weiß nicht, also, ich, wenn ich auf meinem Main-Account bin, kann ich dich helfen. Aber ich muss mein Video fertig bekommen. Deswegen kann ich das gerade nicht. Ich werde dich auf mein Main adden, das ist nicht, also, das ist ein Second, deswegen. Aber danke dir nochmal, also, ich werde mich jetzt einfach die ganze Zeit bedanken, wie 250 Subs, das ist einfach geisteskrank. Alter, ich komme darauf, no joke, nicht klar, Chat, also, ich komme darauf vor der Welt und nicht klar, das ist also, 250 Subs, das ist wirklich high, Digga. Boah, heilige Scheiße, Alter. Ich kann, also, ich habe gerade Kulturschock gehabt, Chat, no joke. Ich hatte no joke Kulturschock. Also, 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 Okay. Boah, einmal grämm in den Chat, ja. Das war nämlich sehr grämm. Boah, was zum Fick, Alter. Zu viele Subs, deshalb der Lack. Junge, 250 ist eine Nummer, Digga. Eine Nummer zu viel für mein Gehirn. Digga, damit kann ich mehr, ich kann gleich fünfmal meinen Sohn die Quotation abbezahlen. Ich habe keinen Sohn, das darf ich mir nicht sagen, aber trotzdem. Ich komme nur hoffentlich einfach 1000 Euro, es ist es ja, es ist ja wirklich, einfach 1000 Euro sozusagen, gerade komplett, ja. Digga, es ist so random, ich streame einfach ranked, Digga, auf einmal kommt jemand, der gibt Taui. Das Geile ist halt immer, wenn Leute Subs spenden, wenn ich nicht nur die Person, die davon profitiert, sondern auch der ganze Chat, ne. Also, es sind mehr Leute Subs und die ganzen Leute, die dann Subs sind, haben dann nochmal werbefreie Streams und so weiter. Das heißt, ich kriege ja nicht nur was davon, sondern ihr alle kriegt davon was. 60 weit, ne. Wo siehst du dich in zwei Jahren? Ähm. Ich sehe mich, weiß ich nicht, Digga, kann ich dir nicht sagen. Red Bull Leggi. Ja, Red Bull muss ich gleich echt daran. Ich probiere mich,逗 dich eigentlich einfach Uh. Ja, guck briefly. Ich weiß natürlich auch nicht, dass ich es nicht gut ist. Nice. Ich habe alle Medaillen, hm? Nein. Ich habe alle Medaillen. Ich habe alle Medaillen. Einer hat gerade 250 Subs gespendet. Hier, der Top 5, Top 5, äh, Dings, dieser J, H, M, X, Tja. Ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen. Ich gebe, ich brauche eigentlich einen Spitz nach für den Jungen. Weil er ein absoluter Macher ist. Elon. Das schreibt Elon, Digga. Ich glaube es nicht. Das ist eigentlich WP-Wert, oder? Ich mache normalerweise WP nicht dafür. Deswegen ist das etwas schwer. Ich hatte es an sich. Die ganzen Leute, die bei mir Dings, also nur, nur Cookie Boss und Flutz Puke sind bei mir WP. Ich hatte, also es ist halt irgendwie, ich fühle mich immer schlecht, wenn man das sagt, aber ich weiß nicht. Oh, meine Ohren. Ist ein bisschen asozial. Wenn ich dann irgendwie das auch nicht mache. Also, wenn er unbedingt WP möchte, dann habe ich nicht schlecht von der Auswahl, aber irgendwie so, keine Ahnung. Er hat halt gleichzeitig 1000 Euro gespendet, weißt du. In dem Fall ist das halt so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich dann bodenständig bleibe, wenn ich Ja sage, oder wenn ich, ob ich nicht bodenständig bleibe, wenn ich Nein sage dazu. Weil es ist halt irgendwie beides, keine Ahnung. Dann bitte empfehle ich creepien und ich bewege mich zu machen, ich Cara denke, nicht bedatschen. Ja Euro ist tatsächlich übel stolen und ich kenne mich aber entscheidest. Bei miraust Bro, den Rift gemisst. Bro, es ist nicht geflogen, es hat geschildert. Ey, okay. Ich hatte gesagt, spiele ein paar Runden mit ihm. Ich würde das no joke machen, aber ich kann gerade echt nicht. Es ist einfach so, wie soll ich das erklären? Ich muss das Video fertig bekommen. Bro, du bekommst auch Spenden auf YouTube. Ich habe, ich muss gleich schauen auf YouTube. Ich habe YouTube nicht mehr offen, weil mein Twitch-Hall ist ja mein Main-Audient. Ich restream das einfach nur, falls die ganzen Leute lieber auf YouTube schauen. Wenn ich da, ich schaue immer so jede Stunde einmal bei YouTube nach und bedanke mich dann. Aber das sollten die meisten eigentlich wissen, die auf YouTube schauen. Das hat, deswegen ist der Chat da auch aus. Aber ich bedanke mich auch bei den Leuten da. Ich habe gerade 11.50 gesehen. Ich muss gerne nachschauen. Heute wird ein langer Tag, Chat. Heute wird ein langer Tag. Warte. Lass mich kurz gut schauen. Live-Chat. Boah, einige Scheiße. Ja, du hast echt... Ben, dank für 12 Euro. Kannst du mich adden? Ben, ich mache das in dem Fall halt normalerweise. Ich will nicht, dass Leute bei mir spenden, weil die dann in meine Freundesliste gehen. Und ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich jetzt nicht adde, weißt du. Aber ihr müsst für real aufhören, bei mir Geld zu spenden, wenn ihr nur in der Freundesliste wollt. Wenn ihr das macht, aus purem Herz, könnt ihr das machen von mir aus. Aber für sowas kann ich das nicht machen. Weil wenn ich das mache, dann ist meine Freundesliste in zwei Monaten auch 500. Weil das spenden halt voll viele und das ist halt irgendwie auch so sehr, wenn ich das mache. Ich bedanke mich wirklich aus ganzem Herzen für die 12 Euro, aber es ist halt ein bisschen komisch, wenn ich das mache. Und jeden Dank für den Support bei YouTube. Ey, hey, let's weg und drücken zu Edge. Lies den Chat hier? Ja, manchmal. Lies den Chat, man. Lies den Chat, man. Lies den Chat, man. Junge, das ist unglaublich, ne? Lies den Chat, ich spiele 1,6, 1,6, 7,4, 7,5, das war's. Das ist meine Sense hier, fertig. Das ist meine Sense hier, ich spiele 1,6, 7,5, das war's. Das ist meine Sense hier, ich spiele 1,6, 8,5, das war's. Das ist meine Sense hier, ich spiele 1,6, 8,5, das war's. Das ist meine Sense hier, ich spiele 1,6, 8,5, das war's. Das ist meine Sense hier, ich spiele 1,6, 8,5, das war's. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für den Prime, dein allererstes. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Nice. Bye. 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 Vielen Dank. 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 Okay, chat. Vielen Dank. I get those boom bombs every time. Mm-hmm. 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 Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ich kann den Skin wechseln, ich bin gerade Moven mit dem Skin. Ich habe keinen Fokus auf dem. Da war ich nicht. Schlaubschlumpf habe ich getötet. Du krasser Beut, danke für den ersten Monat. Ich küsse dein Herz, vielen Dank. Du kannst mal aufhören mich anzuschießen. Danke für den ersten Monat, mein Lieber. Ich küsse dein Herz wirklich, vielen Dank. Kommt ihr gecampt hier unten? Ich würde schon sagen, oder? Ich küsse dein Herz. Ja. Ich bin so, wenn du das Front-Troller eh hast. Das war nicht nur ein Sniper, lol. Das war nicht nur ein Sniper. Das war nicht nur ein Sniper. Danke, 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 danke. Muss ja dann auch als Schlucker. Heute ist es crazy, heute ist es wirklich crazy. Danke, die ganzen Subs. Das war nicht nur ein Sniper. 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 Das war nicht nur ein Sniper, das war ganz nirrt. Ich wollte das nicht mal Bro, was passiert hier eigentlich? Ich bin voll verwirrt gerade. Warte mal, ich muss ganz kurz den Mantel resetten. Ich bin irgendwie gerade nicht, meine Finger sind irgendwie gerade ein bisschen taub. Taub. Ähm, Fly, warte mal, jemand hat noch gesuppt, ich habe das gesehen. Fly, die Chopper, danke für den Sub. Ich küsse dein Herz, vielen, vielen Dank für den Sub. Ich danke dir aus tiefstem Herz und mein Lieber, danke dir. Wie verdienst du einen Monat? Ähm, viel. Also, ich bin überschnittlicher in Deutschland, also überschnittlich in Deutschland, sagen es nur so. ich kann aber langsam rein in die sands zumindestens überdurchschnittlich viel in deutschland heißt mindestlohn in der schweiz wir schießen da mindestens noch in der schweiz noch mal 4k 5k jawohl ist ein bisschen viel oder ja ich verdiene schon mehr als 4k war das eine geile runde chat ja stufe 5 sub die hydrange ist trotzdem scheiße viel ich küsse den herz, danke für die ganzen subs ludburg danke noch an die 20 sub gehört ich küsse den herz ich habe den schon vorgelesen gehabt aber ich danke dir nochmal für die 6 ich küsse den herz, hat sich aber vorgelesen, ich glaube das habe ich auch nicht gesehen ja sorry ich habe das nicht gehört, tut mir leid, nein kein stress alles gut hm 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 nam n Dios ich kann investiere in in das pops Wenn man auf r reached least seither ledsen weil da kann man gener przypX viel was falsch machen. No joke, ich wäre gestorben auf meinem Ping. Ich meine das sogar ernsthaft. Der hätte mich getötet. GG's, GG's Set. Hast du wirklich mal... Hast du wirklich mal wegen Ping davon zu ziehen? Es würde in meinen Augen Sinn da geben, ne? Zum Beispiel, guck mal. Ich erkläre das jetzt einfach mal in Fortnite-Terms, Digga. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Runde gespielt, diese 20 Minuten. Das Internet ist hier so gut, ich könnte live etwas uploaden. Mein Manager könnte live die Sache direkt editen. Bei mir zu Hause muss ich den Stream beenden und dann erst Sachen hochladen, weil mein Internet zu schlecht ist. Das saved mir erstens mega viel Zeit, das saved mir mega viel Strom, weil ich dann meine PCs nicht die ganze anlassen muss. Und das ganze Zeug kommt halt dazu, ne? Ich kann halt einfach viel schneller arbeiten. Ich kann so viel mehr machen. Wie läuft bei Solo ist es Gott? Spiel gerne, danke für die Mitgliedschaft. Ich küsse dein Herz. Das Projekt mache ich entweder bei mir zu Hause weiter oder... Muss ich noch schauen, aber... Ich bin 80%. GG Balix, danke für deinen Eurig. Ich küsse dein Herz. Ja, ähm... Ich bin abends gekägt, aber... Familie und Freunde ist halt in dem Fall... Ich kann ja einfach immer, ähm... Ich kann einfach mit Zug kurz fahren und dann bin ich wieder bei meiner Mutter. So ist es nicht, weißt du? Ich kann dir einen Tipp geben, mach also Minus in Champion, 80% da wo ich gut bin. Hm, vielleicht einfach campen. Wenn du wirklich schlecht zum Fighten bist, dann einfach campen, no joke. Das Ding ist, ich weiß wissen, was du den ganzen Tag deiner Mutter gibst. Nicht das Ganze. Das ist eine übertriebene Aussage. Ich habe im World Cup mein ganzes Geld meiner Mutter gegeben. Ähm... Aber meine Mutter hat meine zweite Kreditkarte, also meine zweite Karte und... Ich habe ihr gesagt, wenn sie was kaufen will, egal was für einen Preis das hat, dann soll sie es einfach machen. Also theoretisch könnte sie mein ganzes Geld ausgeben, aber meine Mutter ist halt auch so eine Person, die lieber ihr eigenes Geld benutzt. Aber meine Mutter verdient irgendwie 1,5k oder sowas. Keine Ahnung, Altersheim halt, ne? Äh... Bro, sie hat viel zu wenig Geld für sich selber, ne? Und klar, ich bin halt einfach ein Streamer. Ich sitze auf meinem fetten Arsch und verdiene Geld, indem ich Fortnite spiele. Bro, da werde ich nicht geizig sein. Ich bin schon so nicht ein geiziger Mensch, ne? Also logischerweise gebe ich dann meiner Mutter halt einen Teil ab. Bro, ich würde no joke. Sogar, ich würde... Wenn sie es wollen würde, ich hätte ihr 50% von meinem Einkommen gegeben. Jeden Monat. Ich hätte es immer überwiesen. Jedes Mal. Damit könnte sie sich... Damit könnte sie so viel machen. Ich hätte es für ihr gemacht. Ich hätte... Ich hätte sie f***s gegeben. Soll sie sogar 75% nehmen. Ich geh gleich duschen, damit ihr Bescheid wisst. Ja, das ist voll die wichtige Information, Bro. Danke dir. Danke dir für den Tipp. Wir kommen wollen. Ain't die News im gegriffen. Augen. Augen. Ich denke aufGMKA Als ich ... Zusammenhördurch Felge Ich kenne auf slowly durch awkward current Uhr Lasstowsee. Das heißt, das ist stark für die irgendwo drüber. Harte Jobs, so wenig. Scheiße. Warte einen Moment, dies geht die Nachricht durch, mein Lieber. Äh... Warte. Ist halt hart, wie viele, vor allem harte Jobs, wenn ich Geld dafür besuche, dass Menschen nicht so leben können, dass sie kein Geld sogar haben. Ich würde mal so sagen, ne, also in Deutschland ist das schon echt schwer zurzeit. Also vor allem, wenn du alleine lebst, hast du einfach... Es ist halt echt nicht so einfach. Ja. Ja. Mh... Mh... Oh, mh... I'll run away, I'll run away I'll run away, I'll run away I'll run away, I'll run away Ach du Scheiße Der hat zwölf Kokosnüsse Oh mein Gott Ich bin reich Ers Der hat zwölf Ers Err Der hat zwölf Ert D2-Lechee Bro Lutz Pogo danke nochmal an die 5 Subgifts, du bist geisteskrank, ich kiss doch dein Herz, sagen dir wirklich vielen vielen Dank Aber mit Dabbys in den Chat noch 4 Lutz Pogo, also das ist crazy 25 Subgifts hat er heute wieder gespendet, das ist crazy Was für Controller Kevin so wichtig sehen Das Controller ist eigentlich random wieder gut geworden, no joke, es war eigentlich so schlecht Das ist einfach 0 abhängen, ne es ist Aim-Sache Ich treffe einfach gerade übelst viel Selbst gerade mit so einem kalten Daumen treffe ich gerade übertrieben gut Ist vielleicht besser, weil dann lade ich jetzt mal runter Also kannst du, wenn du auf Konsole spielst, kannst du sowas so spielen, aber ich finde es ist schon besser geworden Was hat der für Movement? Was hat der für Tricks? Was hat der? Was hat der? Was hat der? Was hat der? Wie ging es? Na Babe ła Was Wasido Was Was Hä Ich habe getr Im Bleibe Geテ E ois Ich bin bei mir, oh ja Ich bin bei mir, oh ja Ich bin bei mir, oh ja Sieh, ja gleich stark wie er kommt auf PC. Ne, nicht gleich stark, das ist das übertrieben. Ich mag seine Confidence. Okay. 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 Alright. Okay. Das war's. 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 You're. Das war's. 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 Ich mach das wenn ich neues Video mache was ist? 150, ne? Ich glaub's nicht, Digga. Ich werd ihn niemals catchen. Oh, Junge, wie kann man so ein Lutscher sein, falls ich halt durchbrauch. Okay. 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 Wenn du deine Tochter hast, dann Let's die Female Version oder wie? Keine Ahnung, mal schauen. Ich stelle mir eine Tochter zu haben voll anstrengend vor. So, ich bin euch ganz ehrlich. So, ich bin euch ganz ehrlich. So, ich bin euch ganz ehrlich. Wir sind noch zu schüren, nein. Schmeckt nis, danke für den Tier und zum zweiten. Ich hab den gar nicht vorgelesen, tut mir leid. Ich küsse dein Herz, vielen lieben Dank. Ich hab das echt nicht gesehen, tut mir echt leid. Ich danke dir aber für den zweiten aus ganzem Herzen. Vielen Dank. Ach man. Ey, ich snipe. Ich werde doppelt snipet, von zwei Seiten. Von wo hat er mich überhaupt gesnipet? Oh, wie anstrengend, Digga. Ich hab wenigstens kein Minus gemacht. Ja, ich hab keinen Fluss gemacht, das geht. D2, Lechi, für ihr Böds. Äh, da buäle, da buäle 99 Tag für den ersten Monat. Im Primes hab ich küsse dein Herz. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Ziele deines Lebens. Ähm, glücklich sein. Vielen Dank. 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 Wow. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Sagen wir mal Minecraft gespielt? Jupp Habe auf meinem Hartz 4 Laptop ganz wie um Minecraft gegrindet Digga Meine Eltern haben mir das für 20 Euro, ich habe für diese 20 Euro so gebattelt Digga und dann haben die das mir irgendwann mal gekauft und dann war ich das das glücklichste Mensch der Welt Weil wir hatten für nicht so viel Geld Und no joke, diese 20 Euro Die meine Mutter für diese Minecraft-Account ausgegeben hat Ich war so glücklich Schon krass, dass ich Für 20 Euro so betteln musste Aber wir hatten halt kein Geld Ich war aber so glücklich, nachdem ich es bekommen habe Ich war so glücklich, nachdem ich es geschafft habe Warum konnte ich einen Temik an Held? Das ist seins, kurz gewesen Tschö mal, Bro, du bist nicht hin Ahem 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warum sind so viele Bots, hä? Ich wusste, dass es hier ein Gegner war, digga. Ich wusste, dass es hier ein Gegner war. 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 Okay. Boah, bin ich dumm oder so? Wo ist er? Oh, das ist richtig, ich bin ein Expo. Right now, ich bin ein Expo. Ich bin ein Expo. Ich bin ein Expo. Ich bin ein Expo. Das ist die Gleichzeit nicht von damals. Nein, das ist eine Komplett Nassance. Boah, was macht er denn, Digga? Ach, egal. Wie die dazu geben, Konsens, ja kann man bestimmt machen die Tage. Ja. Ich bin jetzt schon nie mit Hängegleiter. Was soll ich denn für eine Meinung haben? Was soll ich denn? Was soll ich denn? Ja. 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 Das war's für heute. 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 Komm nach Saarland, wird dir gefallen, vertrau mir. Was gibt's da so bei Saarland? Junkies, Bruder. Ich hab' den Typen grad fliegen gesehen. Das war's für heute. 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 Ja, ich glaub's nicht. Junge, vielen, vielen Dank. Keinig, Scheiße. Das ist schon crazy. Das ist geisteskrank, Digga. Kannst du mich ändern? Ich bin auch mal nicht auf meinem Main-Account. Kannst du mir deinen Namen sagen? Ich älte dich später. Ich verstehe. Warte mal, ich habe keinen... Warte mal. Warte mal, ich habe einen Fils. Bro, willst du mich verarschen? Wie spielst du denn, du Mobbing-Opfer, Digga? Er hat... Er hat aber 6x200. Bro, er hat... 09091971. Kannst du... Ist ein Mod da? Ich speichere das einfach. Aber einen Moment. Ich habe schon gepriert einen Moment. Ich älte dich heute noch. Zumindest spätestens morgen habe ich dich gettet, wenn ich da noch auf meinen Account gehe. Aber ich verspreche es sichert dich. Aber ich verspreche es sichert dich. Milance, kannst du den Namen speichern? Von dem... Äh... Hier, speichere das mal bitte. Speichere mal den Namen. Merkt ihr den Namen? Schreibt mir das auf Discord einfach, den Namen. Okay, wir haben die Hälfte erreicht, Digga. Heilige Scheiße. Die kann man bei Champ High Key Games droppen, bei mir. Die sind so komisch Zinkelsmecks. Oder ich bin gerade komplett 12 Jahre alt. Das kann bei mir halt so daran liegen. Wann machst du wieder Solo-Squad? Die Tage. Wir haben jetzt 20 Jahre alt. Das Ding ist... Es ist halt so... Der hat halt 300 Subs gespendet, ne? Und wenn der dann so nett fragt, dass ich ihn adden kann, Digga, dann... Ich weiß nicht, Digga. Es ist halt irgendwie so... Es ist halt irgendwie so... Ich weiß nicht, ich kann nicht nein sagen bei sowas, weil es ist halt einfach so, Digga, 300 subs, hä? Das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, ich edit den, ich verliere nichts dabei, so, es ist halt einfach irgendwie, es ist einfach asozial, wenn ich es nicht täte, oder? Wenn ich jetzt 300 subs spende, redest du, editest du mich dann auch? Digga, das sollte halt nicht zur Normalheit werden, das ist halt so eine Sache. Ihr solltet nicht Geld spenden, damit ich euch edit, weil ich bin auch nur ein Mensch, was möchte ich euch damit sagen? Ich bin nur gut in dem Spiel, das ist alles, was ich bin. Ich bin vielleicht geistig ein bisschen eingeschränkt, deswegen bin ich manchmal lustig, aber vom Ding her bin ich einfach nur ein Mensch. Und wenn ihr dann euer eigenes Geld spendet, das ist halt so eine Sache, wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja, ich bin ja egal. Ich bin ja, ich bin ja. stream pros die streamen und viel weniger wir haben heißt du bringst vieles mit ja ne es ist egal es geht nicht darum ob du ein pro bist oder sonst was geht darum dass man einfach nicht ich weiß dass manche streamer für tier 3 arbeiten aber das ist für mich moralisch falsch weil du willst uns sagen dass leute geld ausgeben damit sie dich ändern und das ist für mich einfach moralisch falsch irgendwie ich biete sowas nicht an ich möchte sowas nicht im stream stehen haben weil es in meinen augen irgendwie nicht richtig ist es ist irgendwie moralisch einfach falsch ich mache das jetzt natürlich weil es einfach 300 abs sind irgendwo ist es auch komisch aber so man sollte das halt nicht aus normalheit machen so das sind 1240 euro keine ahnung wenn ich da nein sage bin ich halt genauso besser in meinen augen keine ahnung aber so man sollte ja ich muss ich muss kanal zwei punkte hätten toni für sowas weil zwei punkte hätten Das ist eigentlich nicht so cool Okay. Okay. Das ist das... Aber hier... Danke nochmal für die 300 Zabs. Ich nenne dich jetzt Elon Musk, weil nur du spendest anscheinend einen Tag, 300 Zabs. Aber ja, ich kisse deiner jetzt, danke nochmal für die 300 Zabs. Also wirklich weiß ich es zu schätzen. Also im Ernst jetzt. Kuss. Danke dir wirklich. Ich will nicht undankbar klingen oder sowas, weil da kam jetzt eine extreme Situation, äh, Reaktion aus mir raus, aber ich bin einfach eher sprachlos als, weißt du, ich bin schon echt glücklich darüber. Ich danke dir wirklich viel, die du dran hast. Also wirklich aus ganzem Herzen danke ich dir. Ist halt eine Nummer, so siehst du nicht jeden Tag. Soll ich dir auch 300 spenden? Nein. Ich sollte mir nicht 300 abspenden. Jörg, ich fühl mich schon schlecht, wenn Leute, die die Ausbildung machen, und dann ihr Geld, was die in der Ausbildung, wo sie 8 Stunden am Tag irgendwo, weiß ich, schuften, dann Geld an mich spenden, der Fortnite spielt. Das ist irgendwie so, wack. Gefällt mir nicht. So, es gehört sich nicht. Warte da, Geld. Warte da, Geld. Boa! Bro, er hat zuvor alles außer zu sterben, Digga. Und nun, 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 nun. Und nun, 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 nun. Ich habe noch etwas geflügt. Ich habe noch etwas geflügt. Was ist das? Was ist das? Ich kann beides, ich bin aber, ich leade mit Game und, äh, I'll frag im Endgame. Was ist das? 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 Das war's. Na, ich habe ihn jetzt verkackt. Das war schlecht gespielt von mir. Wann zahlst du Schutzgeld? Auf wie viele MS würdest du die Apex Pro Mini einstellen? Du stellst dich schon auf das tiefste, was du hast, ne? In dem Fall würde es halt Sinn ergeben. Weil, keine Ahnung, wenn du schon hast, warum benutzt du es nicht? So, weißt du? Kannst damit halt vielleicht nicht schnell schreiben, aber im Endeffekt hat die halt trotzdem ihren Spielvorteil. Ich bin auf Geschäftsreise. Schade. 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 Das war's für heute. 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 das ist ja Also wir haben jetzt Sub, die Mann hat gerade 50 Sub noch mal gespendet, er hat gesagt gerade 50 an dem Tag, also hast du wohl heute Sub bekommen. Vielleicht macht der morgen selbst noch so und hat sein Vermögen in den Fußstuhl geschneid. Ok, übertreibt wir jetzt nicht, ja. Das war's, das war's. Ich bin so schlecht, egal. Ich bin so schlecht, egal. Ich bin so schlecht, egal, 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 egal. Es hat sich wohl doch gelohnt, die Change heute aufzunehmen. Leute, ich weiß nicht, am avec najle Matt, egal, 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 Oh, 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 oh. Das war's. Okay. 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 Was denkt sich dieser Typ eigentlich wer ist? Okay. Warte. Mein Stick ist ein bisschen abgerutsch. Das ist gut, bro. Also ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich das mit dem Zap Goal ernst meine, ne? Ich hoffe für euch, dass ich das nicht ernst meine. Ich hoffe, dass wir das Stepway Gates auf die Pins bringen und eine Change bei dir hofft. Hä? Was soll das denn heißen? Digga, wie redet ihr jetzt? Ja. Eigentlich unzufrieden mit 30 cm. Äh. Digga. Digga, save, save so ein... Also wenn man einen langen Penis hat, ist das nicht save übelst unbequem, Digga? Weil wie ist das so mit einer... Wie ist das so mit einem langen Penis aufzustehen, Digga? Weil scheinbar du bist einfach fully over, Digga. Shit's over, Digga. Du brauchst eigentlich noch eine zweite Hose für dein drittes Bein. Was soll man machen? Shit's crazy, Digga. Jeden Morgen eine Latte. Ich kann dir erklären, dass es mit sehr lang aufzustehen ist. Ja. mein spaß meines toilet besonders lang aber dafür sehr schmal also ich wollte jetzt nicht auf details gehen es interessiert mich nicht so wie groß dein penis ist und wie er aussieht aber interessant ja der wartet so was habe ich noch nie gesehen der schlau muss ich vor dem in acht nehmen ja aber ich kann halt nicht zielen aber leider bist du nicht gut genug fragt der name victor was nein ja 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 33? 32? 33? 33? 33? 33? 30? Die Zeit, die war sehr lieb. Die Zeit, die war nicht so cool. cutie 20 Hörer, wenn du jetzt einen Volldamage gibst. Ja, gib dir 4 Subs und ich spring runter, Digga. 4 Subs gibts und ich spring runter, ich sterbe, for real, ich machs Digga, dann leide ich halt noch mehr Digga, aber ich machs. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 15 15 15 15 16 22 23 23 24 23 25 24 25 25 25 25 26 25 25 26 26 27 27 28 23 25 25 29 29 31 31 31 31 32 Ich muss nicht gleich so eine Bombe ziehen, ne? Hey, Mann, bin ich schlecht. Ich muss hier das App. Ach, Digga, ich bin so erinnert. Es ist unglaublich, Digga. Deswegen spiele ich nicht auf 8.000er Pulling Rate, Digga. Das ist actually der Grund. Ich habe keine Kontrolle, Digga. Warte mal. Warum ist da... Oh mein Gott. Der USB-Anschluss war vorne angeschlossen. Shit over chat. Oh. Ich habe so Delay die ganze Zeit gehabt, ne? Mir ist das aber nicht aufgefallen. Ich dachte, das ist einfach normal. Ich dachte, das ist einfach Controller, weil zweiter Tag ist, ne? Ich habe mit dem größten Delay der Welt gespielt. Oh mein Gott. Ich bin jetzt Prime Booga Jet. Ihr versteht das nicht. Es ist over, Digga. Okay. Ich habe einfach den USB-Anschluss die ganze vorne gehabt. Der Controller. Ich habe mein Headster aufgeladen gehabt. Und ich habe vergessen. Dann habe ich das wieder angeschlossen. Ich habe darauf nicht geachtet. Ich hatte ohne Hidos und mit übelstem Delay gespielt. Ich habe mich gemacht, warum ich so scheiße bin. Ich habe mich gemacht, warum ich so scheiße bin. Auch eine Möglichkeit. Ich habe so gefroht, chat. Ich habe den Berg gefundelt, Digga. Chat. Was machen wir jetzt, Digga? Weil wir, wir brauchen, wir müssen einen Sub-Goal haben, Schatz. Nein, nein, Gott. Kein Glück. Ich wünsche keinen Glück mehr, man gehen kann schon nicht mehr. Was? Was? Ja, es ist schon, ich muss eigentlich brauchen lernen, bevor hier rein ist. Ich glaube, ich mache zu Hause den Kochkurs. Und dann ziehe ich um. Da ist der Prey. Ja, bin ich nicht auf den Kopf gefallen? Amar. Echt? Es gibt eine Rüstung, das heißt Amar? Amar. Das ist crazy. Oh mein Gott, es wird sich so viel besser an Chat. Wie kannst du das nicht helfen? Digga, ich dachte das ist Controller, ich dachte das ist normal. Das ist auf 1000 Heads statt bei 1000. Das ist auf 1000 Heads statt bei 1000. Ja egal, bis zum Besten. Bock das Game eigentlich nach 7 Stunden? Es ist nicht, ob es bockt. Es ist... Wenn du ein Macher bist, dann ziehst du es halt durch bis zum... Ich hasse das Spiel, ich will das auch nicht weiterspielen. Ich will es weiterspielen. Sit the fuck down, dog. Ohohoh He... Das ist nicht so... Was haben die in die Welt so geklappt? Hä? Eine Vaposchild? Ja, jetzt ist eine Vaposchild. Ja war vaposchild. Aha... Cheers... Warum sind sie jetzt zu Hintergrund? Weil es noch mal nicht meine Wohnung ist. da bin ich schlecht ja okay war gut was mache ich denn gerade ich bin ja komplett alt ja ich habe meinen job verkackt lang normalerweise mal meinen was isst man bei indisch ich habe noch nie indisch gegessen und doch habe ich bestimmt aber ich weiß nicht was die da anbieten das war ja kann man das machen ja so entweder du kannst da drin und so eigentlich kriegt da kein renn und da hat das zehn fahrzeug auch teilt das ist immer eins wie kannst du da ein bisschen live schaut und abgeschaltet sich bei den letzten drei tage steigen schaffen verstehe Also, ich könnte jetzt an sich alles essen aus den Blumen, also kannst du es entscheiden. Deine Wohnung, deine Regeln. Ist ne gute Aussehe. Was? Ne, da ist eine Sprengel. Ne, das Cat. Hast du ein Mädchen? Ich hab ein Mädchen. Ja, klar. Aber warum die Frage? Was meinst du mit dem Kabel hinstecken? Ja, wenn ihr euren USB-Kabel vorne stecken habt, habt ihr übles Inputs oder E-Buddies? Für kleine Opas. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wähen was stellen? Ja. Die Maske. Ich bin gut. Wir müssen flawlessly trainen. Wir müssen... Vielen Dank. Okay, Chat. Zwei Runden noch, dann bin ich durch. Das ist ein Wunder. Das ist ein fucking Wunder, Digga. Ein Kammer-Subs-Charakters. Ja, der eine hat auch 350 Subs gegiftet, Bruder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ach komm ey, eure Omas. Das ist ein Wunder. 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 D2 Lechi für you, Bitch. Bro, Senex, danke für die fucking 10 geöffnet. Ich küsse auch dein Herz, Digger, du bist Geisteskrank. Bro, was ist das für ein Stream heute, hä? Ja. Okay. Einmal da bin ich in den Chat für die Senex, danke für die 10 geöffnet, Bro, du bist crazy, ich küsse auch dein Herz, vielen, vielen Dank, wirklich. Wenn ihr das abgeheftet bekommen habt, bedankt euch bei ihm, ich küsse dein Herz, vielen, vielen, vielen Dank. Oh, Moment, 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 Moment. D2 Lechi für you, Bitch. Bro, was zum Fick ist das für ein Stream, Digger. D2 Lechi für you, Bitch. Boah, danke für 25 Sub gibt's, im Ernst, vielen, vielen Dank, also er hat gesagt 35 jetzt, bis in 10. D2 Lechi für you, Bitch. Boah, ich weiß nicht, also ich bin doch fasziniert gerade davon. Wenn ihm coeur steigt, bin ich auch어나, stallsend $50 an. Nögen die Uhr bei mich Ó 뭔�**f face. gonna's should nögen für eine Serie. Du bist maal. Javez dich nur сказ PV installer in Nose. Guillik controll drauf schnau, warum für die indelegteanut wurde? Um die Influenz fertig ist, dass ihr hier einfach erèmes vermutet, Sinex, danke dir aus ganzem Herzen für die 36 Subs, ne, ich kisse dein Herz, vielen, vielen Dank, im Ernst, danke dir. Wie viel kann man denn schlucken, Alter? Okay, die Runden sind irgendwie ein bisschen, die unterscheiden sich. Ich kenne mich gerade von meinen Lobbys, also von den normalen. Okay. 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 Und. Okay. Let's receive control. Okay. Okay. What do youcesinde? Go ahead. Okay. See? Nein, die ganzen Subs-Chat, ich küsse ich jetzt, vielen, vielen Dank. Was haben wir heute erreicht, Digga? Wir haben alles erreicht, Leute. Das war ein geiles Video und ein geisteskranker Schien. Das ist wirklich crazy, Alter. Ja, ich bin tot. Ey, Bro, was spielen die Leute denn? Ach, Digga, ich bin auch geistig eingeschränkt, Digga. Was mache ich denn auf? Warum macht er denn auf, überhaupt? Woher haben die Leute die Eier? Ich muss in einer anderen Runde gewinnen. Ach, Digga, die Runde kann ich aber direkt wieder löschen, Digga. Weil ich einfach gar keinen... Ich hab die auch mal viel zu spät gestartet. Und FM hat auch nichts, kein Defizit der Huchen so in meinem Stream. Wieso ich spammen die Leute, die immer Sachen rein? Was bringt's euch? Fortnite danke für 2,50 Euro gestern. Herzlichen Dank bei YouTube. Also, xx Fortnite, xx danke für 2,50 Euro. Oh, eine Runde, eine Runde muss ich gewinnen, eine Runde. Säge. Säge. Wer? Wie gehts euchahren? Für 1,50 Euro. D2-Letschie für you, b***h! Ähm, was, warum zeigt es Jan? Warte mal! Dinger, warte mal! Bruder, es ist nix... Er hat 200 Euro denated, chat! Bruder, was ist das heute los? Was ist das für ein Stream? Was ist das für ein weirder Stream? Bruder, denated einfach 100 Dollar, chat! Ich krieg die Krise, wirklich, ich krieg die Krise! Bruder, ich hab das gar nicht bemerkt! Hä? Ich schau nach links, aber da steht da 100! Brasilex! Hä? Was hab ich denn gemacht, digga? Ich alle danke dir aus ganzem Herzen! Nicht viel, vielen Dank, aber heilige Scheiße! 35 Subs und dann noch ein 100 Dollar Donation, das ist geisteskrank! Lotto, ich bin, ich hab heute im Lotto gewonnen, digga, wenn, nach diesem Stream, also, das ist unglaublich! Abonnieren! Nee! Kannst du das schon mal Cauflies? Dann eine Gerichte! Eins, zwei, drei! Ich bin, dein니, dein Name! Dann ein... Dann ein, dein Name! Dann ein, dein Name! Dann ein, dein Name! Dann ein... ja ich habe keinen doppelklick digga ach wieso glitsche denn durch man es ist so unlucky ich habe ihn sogar gemaxed ich glaube 400 irgendwas ich habe nicht genau die zahl ich habe es nicht im kopf aber 400 auf jeden fall 400 ich habe das heute schon viermal geupdatet für langsam die kraft dafür mach auf 2000 fertig nein nein das ist zu hoch ich mach gleich auf 1950 äh 1850 meine ich ich bin schon burnout meine finger sind kaputt das wird den übrigen finger aber wirklich ist nur mein daumen so Nice, okay. Sit on them. Let it do go again. Let's go. 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 Let's go.